Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Es war nicht alles schlecht, damals. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit unseren Film- und Serientipps aus 2020. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind alle Nerdizisten. Anja, Chris, Jenny, Lea, Michael und Javanna. Herzlich willkommen zum nerdigen Jahresrückblick von Nerdizismus. Wir sind live heute auf ganz, ganz vielen Portalen. Facebook, Twitch, YouTube, Twitter angeblich sogar auch. Muss ich gleich nochmal gucken im Stream. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Auch in den Empfangsgeräten und natürlich auch in den Podcatchern. Ihr seid heute nicht alleine. Mein Name ist Chris und ich habe heute alle Nerdizisten dabei. Das Forever Nerd Girl ist da. Unter uns sitzt mein geschätzter Nerdizist. Michael. Hallihallo. Dann habe ich, glaube ich, von mir aus dann rechts sitzt Javanna. Hallo, Javanna. Hallöchen. Und unter einer Javanna haben wir Lea und Jenny. Hallo. Hi. Hi. Ja, schön, dass es ihr geschafft habt. Erstmal frohes Neues. Ich kam noch gar nicht dazu, euch frohes Neues zu wünschen, weil es auch gar kein Vorgespräch in dem Sinne gab, weil wir schlicht und ergreifend einfach hier nur ein bisschen mit den Vorbereitungen beschäftigt waren und deswegen noch gar nicht so dazu kamen. Also deswegen nochmal ein nerdiges, frohes Neues Jahr. Kann man ja noch wünschen. Sagt man das überhaupt noch so spät? Also ich als Friseurin bin ja mit Smalltalk sehr vertraut und wir sagen bis Ende Januar frohes Neues Jahr. Okay. Also officially approved. So wie wenig man seine Kollegen aktuell sieht, immer noch mal wieder nur in kleinen Teamcalls, da kann man das, glaube ich, auch ganz spät sagen. Ja. Was für Kollegen. Du siehst deine Kollegen nicht mehr live, nur du siehst sie nur noch im Teamcalls, Michael. So ungefähr. Zwei Leute in der Agentur und das war's dann. Oh. Da ist eine Menge Platz. Drei Etagen sind leer gerade. Ja. Ich bin gespannt. Ich werde am Montag wieder ins Arbeitsleben einsteigen und dann wollen wir mal schauen, wie das bei uns ist. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja? Also wenn ich nicht krank geschrieben wäre, müsste ich trotzdem nicht arbeiten, weil die Friseurs alle aus zu sind. Stimmt. Ja, man wird's in den nächsten Livestreams bei mir auch bitterlich wieder sehen. Ja, die Haare. Die Haare leiden. Ich bin so froh, dass ich das selber kann. Ja, hier, äh. Selber auch an dir? Gut, der Aufsetzen. Ja, ja. Das habe ich vor ein paar Tagen gemacht. Sonst sähe das nicht so gut so frisch aus. Ich habe, äh, ich habe ja, bin ja gerade erst aus der Klinik wiedergekommen und dann wollte ich frisch und farbig ins neue Jahr starten. Habe ich aber nicht geschafft. Habe ich erst im neuen Jahr dann gemacht. Aber schaut gut aus. Ja. Sehr schön. Dankeschön, dankeschön. Das ist heute das erste Mal auch mal wieder ein bisschen gestylt hier. Und Hauptsache Glitzer, ne? Ich wusste ja, dass die anderen Mädels alle so toll aussehen werden, wie immer. Und deswegen musste ich mich damit an diesen Standard anpassen. Ja, schön, dass ihr alle da seid und schön, dass ihr da draußen auch zuschaut. Wir haben heute einfach, ganz ehrlich, was ganz Simples vor. Wir werden schlicht und ergreifend durch unsere Netflix-Historien und Prime und Sky und Join und was auch immer für Stream und Disney-Plus-Historien streamen und euch einfach mal random Dinge empfehlen, von denen wir der Meinung sind, man sollte sie sich angeschaut haben, die wir letztes Jahr angeschaut haben oder von denen wir der Meinung sind, spart euch lieber die Lebenszeit. Aber bevor wir damit einsteigen, sag mal Michael, für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, wo könnten sie denn noch was von uns hören und vielleicht die ein oder andere Film- oder Serienkritik zu dem, was wir heute mal zumindest ansprechen, schon mal in voller Länge bekommen? Ja, wer die letzten sechs Jahre noch nicht eingeschaltet hat, dem sage ich erst mal 2021. 2021 holt mal Bier und für alle, die das Bier trinken wollen, können gerne auf nerdizismus.de gehen, denn da findet ihr alle unsere Channels, alle unsere Verlinkungen, alle unsere Episoden und so weiter und so fort. Und das Beste, dort könnt ihr uns auch kontaktieren, denn wir freuen uns immer auch 2021 über die neuesten Botschaften von euch, euer Feedback, das ihr an info at nerdizismus.de schicken könnt, an unsere WhatsApp-Adresse 01525 964 7709. Alle, die uns hier gerade im Stream schauen, sehen das auch hier alles um uns herum. Oder, wo wir gerade drüber sprechen, seit ein paar Monaten haben wir auch einen schönen Discord, nerdizismus.de slash Discord. Da könnt ihr mal fleißig mit allen, die dabei sind, mitdiskutieren. Ja, und auf dem Discord ist schon immer was gut los. Da gibt es für jede unserer Podcast-Shows, gibt es da einen eigenen Channel, ob es jetzt der Nerdplay-Channel ist oder die Track-Nerds oder Jedi-Nerds oder was auch immer. All das gibt es da. Da gibt es eine Meme-Corner, ein Ask Us Anything, wo wir auch noch drauf zu sprechen kommen werden, wo wir ein paar Fragen eingesammelt haben. Aber ich würde mal sagen, Ladies, fascht zuerst, wie man bei uns zu Hause sagt. Und fangen wir doch einfach vielleicht mit euch an, Lea und Jenny. Was steht denn so ganz weit oben auf eurer Liste, wo du sagst, da muss ich heute Abend auf jeden Fall von sprechen, sonst war das keine Runde-Stream? Definitiv die Serie Never Have I Ever. Ja, die heißt auf Deutsch noch nie in meinem Leben und das war mein absoluter Mega-Highlight letztes Jahr. Hätte ich nicht gedacht, weil total viele meinten, ja, schau da einfach mal rein, Lea, ist ganz nett, die Folgen sind auch nicht so mega lang, coole Serie. Und dann dachte ich, ja, okay, gucke ich mir mal an. Und da geht es um eine indisch-amerikanische Familie und ein junges Mädchen, das so zwischen den Stühlen halt steht. Auf der einen Seite ist sie wahnsinnig amerikanisch, sie soll aber in ihren indischen Wurzeln halt festhalten. Und dann gibt es da noch so ein Mega-Drama drum, weil der Vater auch vor einer Weile gestorben ist. Und ja, dieses Mädchen probiert sich halt aus und probiert Dinge, die sie noch nie in ihrem Leben gemacht hat. Und das klingt so ein bisschen banal und wie so eine 0815-Serie, aber die ist richtig dramatisch, die ist richtig witzig und die ist vor allem super frech. Und das hat mir so wahnsinnig gut gefallen. Wo kann man die gucken? Netflix. Auf Netflix, okay. Ja, also das ist mein absolutes Must. Wie lange, wie viele Folgen sind das? Das ist eine Miniserie? Ich glaube, zehn Folgen. Das ist eine Netflix-Serie, also die hat nicht mehr als zehn Folgen. Okay. Und muss man auch... Abgeschlossen. Genau, abgeschlossen. Nee, die geht, glaube ich, auch weiter. Zweite Staffel wird gerade gemacht. Ja. Und Original oder Synchro geguckt? Ich habe Synchro geguckt. Ich gucke oft die Synchro. Und kann man sich anschauen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ansonsten würde ich schon was sagen. Ja, ganz, ganz wichtige Frage, weil du sagtest, sie hat indische Wurzeln. Hat sie einen schlechten indischen Akzent im Deutschen? Nein, natürlich. Weil das fand ich gar nicht ab. Nee, nee, keine Sorge. Also du meinst so einen gefakten Ranjit-Akzent, oder was? Ja, ja, genau. Das finde ich auch. Wenn Kaya Jana die Synchro macht und von der PR noch groß angekündigt wird, ja? Genau, ungefähr so. Dann machen wir doch mal bei dir weiter, Jenny. Was steht denn bei dir ganz oben auf der Liste? Was ich tatsächlich richtig gut fand, war das Dumb Gambit oder The Queen's Gambit. Oh ja, das. Weil ich hatte mit Schach tatsächlich so gar nichts zu tun. Ich habe das mal vor x Jahren gelernt und dann nie wieder irgendwas gemacht. Aber die Serie hat es geschafft, dass ich das wahnsinnig spannend fand. Und die ganze Folge dann auch einfach so gefesselt war davon. Und ich fand es einfach super. Also die Story auch von Anfang bis zum Schluss. Und ich wollte es einfach in einem durchgucken quasi. Ja, finde ich mega. Also Chris und ich haben die auch geguckt. Und ich fand die auch einfach richtig toll, die Serie. Also das ist auch eine meiner Top 3 vom letzten Jahr. Ja. Also wenn nicht sogar auch Top 1. Aber dann muss ich mir vergleichen, was anderes vorausgucken. Ich mochte an der Serie so besonders, dass die Protagonistin einfach sein darf. Die bricht sich, wenn dann höchstens selber. Wird nicht tausendmal irgendwie gebrochen. Und immer wenn man so denkt, ah, jetzt kommt Klassiker. Sie wird, ich sage jetzt nichts, passiert das. Dann passiert es nicht. Ja. Das fand ich so wunderbar angenehm. Sodass alles, was ihr passiert, ist ihre eigene Schuld. Oder ihre eigene Verantwortung. Sie hat es immer selber in der Hand. Sie ist ein richtig starker Charakter, der sympathisch geschrieben hat. Der seine Stärken hat. Der seine Schwächen hat. Ja. Und auch in meiner Timeline habe ich plötzlich Leute drin, die alte Schachlehrbücher und Lehrprogramme und Schachschule von Mattel und keine Ahnung was rausgeholt haben. Ja, dementsprechend ist auch seit November, als das rausgekommen ist, sind zumindest in den USA die Schachverkäufe dermaßen in die Höhe gestellt. Was ja wunderbar ist. Ich kann Schach spielen, aber ich kann Schach nicht spielen. Also ich kenne die Regeln. Ich kann die Figuren versetzen. Das war es auch schon. Und deshalb war die Serie super faszinierend. Ich will noch mal den Soundtrack davon erwähnen, der wahnsinnig toll ist. Und insgesamt ist es, ja, es passiert eigentlich gar nicht mal so diese, es geht nicht zu sehr in Abgründe runter, wodurch das Jahr 2020 vielleicht für viele noch erträglicher gemacht worden ist, weil es eher eine Figur-Serie ist. Ja. Ja. Und riesen Spaß an Anja Taylor-Joy, die spielt so genial, das ist unfassbar. Und man muss, und es ist trotzdem spannend, obwohl man hier die Einzelnen, also bestimmt spielen, die sind bestimmt so ins Detail gegangen, dass die echte Shows, oder echte Shows, sag ich schon, echte Partien nachspielen. Aber du musst, also du kannst, ja, da habe ich den Partien nur bedingt folgen, musst du aber auch gar nicht. Und trotzdem ist es spannend. Das fand ich also extrem faszinierend. Selbst wenn du von Schach keine Ahnung hast, kommst du irgendwie mit, ja. Und Michael, mir geht es absolut wie dir, ich kenne die Regeln, aber ich bin da, da... Wir müssen mal spielen. Ja, da verliere ich ja, die verliere ich ja nicht so gerne. Ja. Die hatten in ihrer Beratung den Gasparow als Berater da drin. Und ich habe mir ein paar Interviews durchgelesen von Schachexperten, die sich die Serie angesehen haben und meinten, es ist das erste Mal, beziehungsweise eines der wenigen filmischen Zeugnisse vom Schachspielen, die wirklich rüberbringen, wie sich Schachspieler fühlen beim Spielen und was für eine Spannung da entsteht. Und es ist eigentlich wie so eine typische Sportverfilmung, wie so ein typischer Sportfilm. Man muss die Regeln nicht kennen, man muss sie nicht verstehen. Es ist trotzdem sauspannend. Ja, Anja Taylor-Joy hatte ja sogar ein Handdouble, die für sie die Schachzüge gespielt hat. Ach, okay. Ich hatte gehört, sie hätte das eintrainiert und hat sich dabei gewisse Moves zum Versetzen sogar selber angewöhnt. Ja, klar, weil in den weiten Szenen musste man ja sehen, wie sie spielt. Aber alles, was close ist, wurde mit einer professionellen Schachspielerin gemacht. Ja. Damit also die Bewegungen auch dann zack, zack gehen und nicht, dass irgendwie ein Zögern ist oder so. Deswegen, weil ich meine, man wüsste ja wohl nur merken können, ob man von A5 nach B6 zieht oder so, oder? Ja, aber das ist ja wie eine Choreografie im Prinzip. Und ich denke mal, dass eine Schachmeisterin, die weiß ja auch, was das für eine Bedeutung hat. Also wenn du da ein Schlafzüge spielst, dann ist es anders, als wenn du das nur einkoreografierst, ohne diese Voraussicht eventuell zu haben. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied und das sieht wahrscheinlich auch einfach anders aus. Ja, geht um dir dieses Beat Chess-Szenen an, wo die wirklich, also da sieht man die ja in der Vollansicht alle, wie die einfach zack, zack, zack versetzt. Ich will nicht wissen, wie viele verhauende Takes die bei den Sachen hatten. Ja. May I just interrupt for a short English notice, because my American me is online. So, hi Chris. We will get to your question later this evening. So, but we will switch now to German again. I hope you don't mind. Ja, Queen's Gambit. Wer es so nicht geguckt hat, guckt es. Also, ich habe es noch nicht geguckt, ich hatte noch keine Zeit dafür, aber ich hoffe, dass ich es mit meinem Freund gucken kann und dass ich dann endlich mal dazu komme, mein wunderschönes Herr-der-Ringe-Schach-Set wieder auszustauben. Oh ja, gute Idee. Wirklich eine gute Idee. Ist das so dieses Herr-der-Ringe-Schach-Set, was früher immer auf diesen Programmzeitschriften auf der letzten Seite beworben wurde? Ich habe keine Ahnung, ich habe das Second-Hand gekauft und ich habe dafür nur drei Euro bezahlt. Okay, das sind das... Aber das hat diese echten Figuren, das hat diese echten, schön, also ungefähr so groß sind die Figuren und die sind sehr schön und bemalt und so und die, unsere Bücherei, die Stadtbücherei bei uns, die Stadtbibliothek, die machen immer Anfang des Jahres einen Verkauf von Sachen, die halt, wo dann die Hülle ein bisschen kaputt ist oder so und da habe ich mir das gekauft. Vorher ist so gut. Ich habe fast gefühlt, als hätte ich eine Verbrechen begangen, als ich damit rausgegangen bin, obwohl ich bezahlt habe, aber ich habe so wirklich bezahlt, dass ich mich nicht gut damit gefühlt habe. Ja, wenn wir schon gerade bei dir sind, was steht denn bei dir ganz oben auf der Liste? Die neue Staffel von The Crown. Ich habe dieses Jahr erst mit The Crown überhaupt angefangen, muss ich zugeben, weil ich immer irgendwie Respekt vor der Länge der Folgen und der Ernsthaftigkeit des Themas und so weiter hatte. Aber ich liebe halt alle Schauspieler in allen Staffeln irgendwie, die sind alle grandios und ich mag das Thema auch eigentlich total gerne. Ich habe ja auch mal fünf Jahre lang Geschichte studiert und gerade Königshäuser in England haben es mir sehr angetan. Und die Winzers sind da nochmal ganz speziell, weil die halt immer noch da sind. Und die neue Staffel, die kürzlich rausgekommen ist, die ist ganz kurz vor meinem Klinikaufenthalt rausgekommen, an dem Freitag, bevor ich fahren musste. Und ich habe mir die vorsichtshalber runtergeladen auf meinem Handy, also von Netflix einfach offline verfügbar gemacht, obwohl in der Klinik absolutes Medienverbot herrscht. Also eigentlich keine Erlaubnis für Handy, Fernsehen, sonst was. Und dafür habe ich die Regeln der Klinik gebrochen. Dann muss es gut sein. Und habe mir da abends im Bett mit meinen Kopfhörern auf dem kleinen Handybildschirm. Ich musste das einfach weitergucken. Gillian Anderson als Maggie Thatcher ist grandios. Und auch die Diana-Storyline ist super umgesetzt, auch wenn es da natürlich tausend Kontroversen gibt, ob das jetzt stimmt oder nicht. Wir werden es niemals wissen. Und es ist ja schließlich eine Dramaserie und ich habe es einfach geliebt. Also auf jeden Fall, das war mein Watch des Jahres. Die haben ja für die aktuelle Staffel, hat das Königshaus ja gefordert, dass die ähnlich wie es bei anderen Serien und Filmen gemacht wird, dass da vorn ein Disclaimer geschrieben wird, dass das nur Fiktion ist. Wollten die nicht machen, weil das für die ja offensichtlich ist. Aber ich stimme dir da absolut bei. Ich habe The Crown, haben wir seit Anfang an geschaut, meine Frau und ich. Und wir haben, also die Staffel haben wir jetzt letztens erst gesehen. Ich muss sagen, es war bisher die beste für mich. Gerade die Diana-Geschichte hat so eine krasse Dynamik wieder jetzt damit reingebracht. Und Gillian Anderson als Margaret Thatcher, boah, das haut dich, das hat einen total umgehauen. Ja, ich würde sie gerne umhauen, aber das ist noch mal eine andere Geschichte. Also es ist so eine beeindruckende schauspielerische Leistung, die sie sich da gebracht hat. Sie hat wohl, Leute haben spekuliert, ob sie sich irgendwann, manchmal setzten die Leute sich Prothesen-Schauspieler ein, um so einen Blick drauf zu haben. Vor allem ja, weil sie diese Mundwinkel immer so zusammengepresst hat. Es muss so eine körperliche Anstrengung gewesen sein, diese Frau zu spielen. Ja, und diese Stimme die ganze Zeit durchzuziehen. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass du das im Original guckst. Ja, das gucke ich im Original, ja. Ich habe es auch angeregt. Kann man das sehen, ohne dass man den Rest kennt? Du kannst auch eigentlich direkt mit der neuen Staffel anfangen. The Crown ist ja extra so aufgebaut, dass jede Staffel ein Jahrzehnt umspannt. Und du springst direkt rein. Also du musst im Prinzip ja nichts wissen. Weil es fängt halt dann, die neueste Staffel spannt jetzt halt die 80er. Genau, und es ist sogar fast jede Folge so aufgebaut, dass die in sich abgeschlossen ist. Es bringt natürlich eine gewisse Tiefe dazu, die Sachen vorher zu kennen. Aber da für die meisten ja das Thema Winters und anderes drumherum einigermaßen bekannt sein sollte, könnte man theoretisch auch sogar da einsteigen und dann alles nachholen. Also Lea, um deine wirkliche Frage zu beantworten, ja, du kannst dir auch nur die Diana-Folgen angucken. Nein. Dann weiß man nur schon, wie es ausgeht. Ich empfehle dir wirklich eine Maggie-Folge zu gucken, weil Gillian so geil ist. Wer spielt denn Queen Mum? Ich war ja, ich habe ja nichts mit den Royals am Hut, aber Queen Mum fand ich immer super. Wer spielt Queen Mum? In dieser Staffel Olivia Colman? Nein, Queen Mum ist ihre Mutter. Achso, Queen Mum. Entschuldigung, du hast ja recht. Deswegen bin ich auch gerade schon... Das weiß ich nicht auswendig, aber die ist gut. Die ist gut, Hauptsache, du trinkst in Folge ein Glas Gin, da bin ich schon zufrieden. Die macht vor allem die geilsten konservativen, borderline rassistischen Kommentare aus dem Offen. Genau deswegen möchte ich sie sehen. Wir können es gerne zusammen gucken. Na ja, mal gucken, mal schauen. Das Besondere an der Serie ist ja, dass sie alle zwei Staffeln quasi den Cast komplett einmal auswechseln, gerade weil die ja diese Zeitsprünge machen. In den nächsten zwei Staffeln wird die Queen von der Schauspielerin gespielt, die auch die Umbridge in Harry-Potter-Filmen gespielt hat. Ah ja, mhm. Ja, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Und die hat so eine ähnliche Gesichtsform und wenn sie die Haare so stylen, so ich denke, das passt gut, ja. Ja, Michael, dann sind wir mal bei dir angekommen. Was steht denn bei dir ganz oben auf der Liste? Ja, eigentlich Queen's Gambit, muss ich sagen. Auch so zuletzt in diesem Jahr gelaufen. Ganz, ganz großartig und hat das Jahr wunderbar abgeschlossen, obwohl wir es erst im neuen Jahr gesehen haben. Und sonst, ja, ich bin durchgegangen. Du wirst sicherlich gleich noch was wahrscheinlich zum Mando sagen. Deshalb springe ich jetzt zu was Unüblichen. Und zwar auf Netflix habe ich dieses Jahr nachgeholt und die finale Staffel dann auch geguckt. mit She-Ra and the Princesses of Power. Ja. 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 Die war so schön, die letzte Staffel. Ja. Es mag kurios klingen, aber nein, die Serie ist, alle, die nur ansatzweise so was mit Cartoons anfangen können, sollten dieser Serie eine Chance zu geben. Die erste Staffel braucht ein bisschen, um reinzukommen, aber da ist mal wieder dieses typische Worldbuilding wird da gemacht und es ist alles am Anfang noch ziemlich glitzermäßig, aber im späteren Verlauf dringt die so in die Tiefe und Psyche der Figuren ein und erzählt so komplexe und herzdebrechende Storys und auch spannende Storys, die auch episch werden, dass man die einfach wunderbar durchbingen kann und von Staffel zu Staffel wird die Animationsqualität auch immer besser, bis man am Ende sagt, wow, da habe ich jetzt was richtig, richtig Gutes gesehen. Basiert, naja, so lose auf in der Tat der 80er-Jahre She-Ra-Serie, die ein Spin-off von He-Man gewesen ist. Aber anders als in der 80er-Jahre-Sendung haben wir hier nicht überall Barbie-Figuren, sondern Diversität in Körperform und Aussehen allgemein, Haarfarben, Hautfarben, Herkunftsknichten und allem. Ja, genau, diese Serie ist unglaublich vielfältig und divers in allen Charakteren und ja, ist ein gewisser Kitsch, ist ein gewisser Grundkitsch drin, aber hat auch nicht mehr viel zum Beispiel mit dem He-Man-Mythos zu tun. Viele haben lange spekuliert, ob sie es nicht irgendwann doch zu einer He-Man-Serie verbinden, aber nee, das Ding steht komplett auf eigenen Füßen und das hat es auch verdient, auf eigenen Füßen zu stehen und hat eine der besten Bösewicht-Redemption-Arc-Stories, die es in irgendeiner Serie gibt. Wie, Hordak wird gut? Ich verrate nichts. Es geht nicht unbedingt um die Männer in dieser Serie. Gibt es denn wenigstens nach jeder Folge noch eine Moral? In der heutigen Folge haben wir gelernt, dass Stehlen sich nicht lohnt. Schaut Orko an. Nein, diesmal nicht. Das ist mehr oder weniger, es gibt ein paar Standalone-Episoden, aber es baut schon stark seriell aufeinander auf. Okay, ja, dann, was hast du dir denn rausgesucht aus dieser ultralangen Liste, an der ich mal locker eine halbe Stunde saß, um diese zu sortieren und zu ordnen? Tatsächlich? Ja. Naja, also, die Jenny hat es ja schon ein bisschen vorweggenommen, also mein Highlight des Jahres war auf jeden Fall Queen's Gambit. Fand ich einfach richtig, richtig gut. Gefolgt davon wäre der Mandalorian, aber das überdachte ich gleich gerne dir. Ich kann nur sagen, ich habe bei beiden Serien am Ende geweint, weil es so schön war. Ja. Und dann habe ich jetzt gerade nochmal die Liste durchgegangen und da ist mir auch aufgefallen, wir haben ja wirklich sehr viele Dinge geguckt, so im Allgemeinen. Wir haben sehr viele Filme vor allen Dingen geguckt, wer das vielleicht ein bisschen verfolgt hat. Wir haben ja immer Filme aus dem Glas gezogen, Chris und ich. Wir schulden uns euch noch drei Filme übrigens. Aber wir haben ja dieses kleine Spielchen gespielt, ich zeige dir meins, du zeigst mir deins. Und da haben wir wirklich sehr viel geschaut. Aber was ich noch alleine geguckt habe, war jetzt im letzten Jahr die dritte Staffel von Good Girls. Und Good Girls ist eine wirklich richtig tolle, starke Serie, wo es um drei Frauen geht, die Geldprobleme haben und dann in der ersten Staffel anfangen, einen Laden auszurauben. Und ja, das entwickelt sich dann bis in Staffel 3 zu noch anderen kriminellen Machenschaften. Und es ist eine sehr witzige Serie, aber es ist auch eine sehr dramatische Serie. Und da haben wir auch einen sehr diversen Cast. Und die Serie macht einfach Spaß. Also die hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Läuft wo? Ja, auf Netflix. Nee, auf Staffel Finale. Auf Netflix. Netflix. Hast du die auch wieder im Original geguckt? Ja, ich gucke die auf Englisch. So, jetzt muss ich mal durch meine Liste gehen. Ich glaube, das ist jetzt was für Mandalorian. Ja, aber ich dachte, bevor wir über Mandalorian reden, könnte ich auch mal gucken, wo ist denn jetzt hier meine Liste? Wir können natürlich auch über... Ah, hier, genau. Da komme ich drauf. Du, wir haben auch noch eine sehr lange Liste. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also Mandalorian steht natürlich ganz klar oben. Ich war ein bisschen enttäuscht von Fargo. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein absolutes, unerwartetes Highlight dieses Jahr, und ich bin so ein bisschen zum Donkukucker geworden, ist halt leider Großkatzen und ihre Raubtiere, beziehungsweise Joe Exotic. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Tiger King hat es einfach so unglaublich gerockt, weil ich im Leben, egal ob das gescriptet ist oder echt ist, I don't fucking care. Ja, es war unglaublich. Niemals im Leben hätte ich gedacht, dass aus dieser ersten halben Stunde, die ich da geguckt habe, sich dieses unglaublich bizarre, menschliche Abgründe aufwerfende Typen, die in... Also, die Kohn-Brüder können sich solche Typen nicht ausdenken, ja. Unglaublich, diese Serie Großkatzen und ihre Raubtiere sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Folgen. Worum geht es für alle, die es nicht geguckt haben? In den USA ist es leider, muss man sagen, relativ leicht. Man muss wohl irgendwie nur einfach eine Gnokola auf den Tisch legen und auch davon, vielleicht doch gar nicht mal so viel, sich Tiger und andere Großkatzen zu halten. Also gibt es in den abgelegensten Käffern leider entsprechend auch, ja, Wildtierparks, wo völlig unartgerecht halt eben Tiger und Löwen und Leoparden und keine Ahnung was gehalten werden. Und die Doku, sofern sie echt ist, und sie ist in Teilen auf jeden Fall echt, denn die Protagonisten gibt es alle wirklich, handelt von, ja, konkurrierenden Tierparkbesitzern. Ähm, es wird dann noch jemand umgebracht, ein Ehemann verschwindet, ähm, äh, Drogenmissbrauch, Waffenschieberei, es ist alles dabei und es ist Typen, also allein Joe Exotic, der übrigens bei Donald Trump gefragt hat, ob er ihn begnadigen möchte, also nicht mal, also nicht mal Donald Trump hat Joe Exotic begnadigt und er hat gerade jeden begnadigt, ja, der bei drei nicht auf dem Baum war. Deswegen muss ich an der Stelle wirklich ein ganz klares, äh, Daumen hoch aussprechen für Großkatzen und ihre Raubtiere und natürlich, ähm, das muss man allerdings, ähm, mit Untertiteln gucken, denn das ist schon ein ziemlicher Heavy-Akzent, den die da, äh, äh, sprechen. Und da kommst du ohne Untertitel, ehrlich gesagt, bin ich, bin ich da raus. Ich feier das so ab, ich feier das so ab, genauer den Akzent und wie die alle, die sind solche Hillbilly Redneck, äh, hinterste Kaff-Ecken, äh, Landeier, es ist grandios. Und was ich an, ähm, an der Tiger-King-Sache halt auch, äh, krass fand, ist, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von diesem, äh, True-Crime-Kram. Also, ich mag die Geschichten, aber ich mag das Format nicht so gerne, mit diesem immer, äh, den, den, ähm, Confidentials und so, das ist eigentlich nicht mein Ding, aber ich konnte nicht wegschalten. Ich konnte auch nicht weggucken und es war einfach grandios. Also, ich bin, der fest ist überzeugend. Dass ich irgendwie nach einer Folge schon keinen Bock mehr hatte, weil ich dachte so, hä, und das war's jetzt? Also, fand ich jetzt nicht so krass, wie alle erzählt haben, dass es so krass wäre. Es, es wird noch, es wird noch kurioser und es wird, ist in der Tat irgendwann wie bei, wie ein Unfall, bei dem man nicht weggucken kann, bei dem man gezwungen wird, dass seine Augen am Bildschirm heften bleiben. Ich wollte es mir auch nicht antun. Ich habe auch die erste Folge gesehen und dachte, mh, meine Frau hat nicht mehr weiter mitgeguckt. Ich habe es dann alleine geguckt. Ja, wie bei uns. Hast du überhaupt mal reingeschaut? Ich habe ab und zu gesehen, wie du es gesehen hast. Und dann zwischendurch stand ich dann im Wohnzimmer und so, was guckst du da? Aber so habe ich mich selber auch gefühlt. Also, was gucke ich da? Warum gucke ich das? Aber, also, ich bin jetzt am Ende tatsächlich auch davon überzeugt, dass Carol Baskin ihren Ehemann umgebracht hat. Also, ich kann nicht anders. Ich bin fest davon überzeugt. Es muss so sein. Und der einzig Normale in der ganzen Serie ist der Typ, dem ein Bein fehlt. Ja. Und dem fehlt ein Bein von einem der Tiere, das er immer noch pflegt. Also, der ist auch nicht ganz normal. Die armen Tiere. Und auch dieser Produzent, der immer verzweifelt wird und wenn er dann in der Retrospektive davon erzählt, ich glaube, keine Ahnung, innerhalb von drei Minuten hat er sich fünf Kippen angesteckt oder so irgendwas. Das ist unglaublich. Also, es ist wirklich, ja, Großkatzen und ihre Raubtiere ist für mich das absolute Einheit. Gut, jetzt haben wir ihn schon fünfmal angesprochen und jeder hat ihn irgendwie zumindest so ein bisschen mal gestreift. Let's talk about Mandalorian. Wir haben einen ganzen Podcast drüber gemacht. Wir haben sogar eine ganze Podcast-Reihe drüber gemacht. Deswegen sagen Michael und ich jetzt mal nichts zum Mandalorian, weil wir haben schon alles gesagt. Also, dann fangen wir wieder mal bei Jenny bei dir unten an. Hast du Mandalorian geguckt? Was sagst du? Äh, natürlich habe ich es geguckt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Staffel 1 eher jetzt nur so geguckt habe, weil ich Baby Yoda so toll fand. Also, mich hat Staffel 1 jetzt gar nicht so krass umgehauen, weil, also auch... Bitte keine Deadnames. Er hat einen Namen. Oh, gut. I'm sorry. I'm sorry. Ja, also, der erste Teil von Staffel 2 hat mich so gecatcht, weil ich fand, dass das immer... gleich aufgebaut war, von wegen, ähm, der kommt irgendwo hin und dann ist da irgendwo Chaos und der muss das Chaos beseitigen. Und Grogu kommt irgendwo in Gefahr und der muss ihn retten und... Ja, aber zum Ende hin hat das irgendwie so krass Tempo aufgenommen und es wurde so gut, dass ich am Ende der Folge mal gedacht habe, jetzt muss ich eine Woche warten, bis es weitergeht. Und das Staffelfinale war einfach, äh, großartig. Lea, wie ging's dir? Ja, ging mir genauso. Also, ich war, fand's auch bisher immer so ganz nett und wir haben das jede Woche geguckt und ich dachte so, ja, Cara Dune, I'm here for you. Und, ähm, dann kam Ahsoka und das hat mich so kaputt gemacht im Kopf, weil ich dachte, oh mein Gott, sie ist eine reale Figur. Also, nicht nur, man sieht sie halt jetzt nicht so animiert, ne? Und das fand ich einfach so mega geil und, äh, ich fand's immer besser, je mehr Anspielungen aus dem Universum noch reingebracht wurden eigentlich. Also, je mehr Referenzen und Bezüge gezogen werden, desto geiler fand ich's. Und das Finale fand ich natürlich auch mega geil. Wobei ich mir denke, das haben sie halt jetzt gemacht, damit die ganzen, äh, Leute, die die neue Trilogie halt nicht so gut fanden, nochmal ein bisschen zufriedengestellt werden. Ja, and it worked very well. Ähm, äh, ja, wann hast du es schon nachgeholt? Ich habe, äh, also, um das kurz nochmal zu erklären, ich bin am 17. November in die Klinik gegangen. Das heißt, davor die Folgen habe ich natürlich direkt dann auch, äh, am Erscheinungstag gesehen. Ähm, ich konnte die aber dort nicht gucken, weil wir hatten erstens rot, aber vor allem auch absolut kein Internet. Also, ich hatte da auch null Empfang, um die, äh, heimlich zu gucken. Und, äh, ich bin am 29.12. wiedergekommen, äh, abends, und habe am 30. Mandalorian geguckt. Also, ich hatte ja die ersten drei Folgen, hatte ich gesehen, und dann, äh, die anderen Folgen habe ich dann jetzt, äh, noch vor Jahresende gesehen. Und, äh, ja, also, ich brauche das nicht mit den ganzen Anspielungen auf die, auf das Alte. Ähm, ich finde es eigentlich total toll alleinstehend, weil es halt so Star Wars ist, dass es das halt irgendwie für mich nicht braucht. Ich fand es toll, ein paar, ähm, Charaktere zu sein. Cara Dune fand ich auch toll, bis die Schauspielerin leider scheiße war. Ähm, aber der Charakter ist halt trotzdem toll. Und, äh, Bo-Katan und Ahsoka, ja, Babes einfach, ne? Also, was, was kann ich sagen? Die sind einfach grandios. Ähm, ich freue mich auf die ganzen neuen Star Wars-Serien, die noch kommen werden, auch wenn das eigentlich, also, es tut mir leid, dass die diese, äh, diese Geldkuh immer weiter melken. Aber ich liebe Star Wars so sehr, dass ich, also, ich werde alles sehen. Es ist mir ganz egal, ob es schlecht ist oder nicht, ich werde es alles sehen. Ähm, und, äh, ich habe leider, also, wegen des Endes der Staffel, wir wollen ja nicht spoilern, aber, ähm, es hat sich mir eine ganz schwerwiegende Frage gestellt, ob, ähm, ähm, wie Grogus Schicksal ist und ob es was mit Ben Solo zu tun hat. Hm, ja, die Frage hast nicht nur du. Also, die, wie, ja. Ja, aber da gibt es ja schon zigtausend Fan-Theorien zu. Also, das Internet ist ja voll damit, weil das war, glaube ich, die erste Frage, die online kursierte, nachdem die Folge ausgestrahlt wurde. Und da sind ja auch mindestens noch irgendwie 15 Jahre dazwischen. Richtig, aber so langsam, wie, äh, Grogu in den letzten, in den ersten 50 Jahren seines Lebens gewachsen ist, äh, kann ich mir halt nicht vorstellen, dass der in den nächsten 15, äh, zu einem, äh, Yoda-Verschnitt wird. Ne, da gehe ich jetzt auch mal nicht von aus. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal unten die Runde weiter. Jetzt haben wir die absoluten Top-Highlights schon mal abgefrühstückt, damit die heute auf jeden Fall drankommen. Ähm, gibt es denn auch einen Flop, wo ihr sagt, Leute, lass die Finger weg? Ähm, also, was wir jetzt gerade Ende des Jahres angefangen haben, war The Boys. Das fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht so geil. Oh, du musst weiter gucken. Ich fand's tatsächlich ziemlich langweilig und vorhersehbar. Oh, das ist doch gut. Also, keine Ahnung, mich hat das einfach überhaupt nicht abgeholt. Ich hab, weiß ich nicht. Ich find's auch sehr vorhersehbar. Ja. Also, alles, was ich mir dachte so, ja, das passiert jetzt, ist dann auch tatsächlich passiert. Seid ihr schon in der zweiten Staffel oder habt ihr jetzt gerade die erste? Ja, wir haben die erste Staffel gesehen und wissen auch noch nicht, ob wir die zweite gucken wollen. Okay. Ist das vielleicht so eine Humorsache? Ist das, der sagt so, ist nicht mein Humor? Kann ja sein. Ich meine, das ist ja absolute Geschmackssache. Ich find die einfach alle unsympathisch. Ich kann's niemandem in die Sympathie aufbauen. Die sind alle schrecklich. Richtig, richtig. Staffel 2 ist nochmal ein bisschen einen anderen Verlauf. Also, den einzigen Charakter, den ich mag, ist Black Noir, aber auch nur, weil man den nie sieht. Also, sagen wir mal so, die zweite Staffel nimmt ein paar aktuelle Themen an, die doch schon recht interessant umgesetzt worden sind. Deshalb, vielleicht kannst du der zweiten Staffel nochmal eine Chance geben. Ja, was wir beendet haben, ist Carnival Row. Also, das haben wir nicht weiter geguckt. Wir haben die ersten paar Folgen gesehen und wir waren total hyped. Wir dachten so, oh mein Gott, Cara Delevingne, Orlando Bloom, das wird mega geil. So, Jahrmarktsästhetik, Elfen, Feenwesen und so. Und dann haben wir zwei Folgen gesehen und dachten uns nur so, boah, oh mein Gott, das ist das langweiligste, was wir jemals gesehen haben. Ja, haben wir leider auch nicht weiter geguckt. Da können wir mal kurz eine Frage vorziehen, die schon hier auf, ich glaube, Insta gestellt wurde, weil so ein bisschen dazu passt. Sven, 56, was ist denn aus Dark Materials geworden? Wollten wir was zu machen? Wir wollten schon so vielen Dingen was machen, haben es dann irgendwie nicht gemacht. Ist das denn letztes Jahr weitergegangen? Ich habe es ja nie geguckt. Dieses Jahr, also genau, letztes Jahr ist es noch weitergegangen. Ende letzten Jahres kam die zweite Staffel. Ja, Wann, du hast wahrscheinlich nicht weitergeguckt bisher, oder? Ich komme ja nicht an die Folgen ohne deine Hilfe. Okay, alles klar. Ja, sagen wir mal so, es hatte viel, erste Staffel hatte viel Potenzial, zweite Staffel hat auch viel Potenzial. Ich kenne die Vorlage sehr gut, habe die mehrmals gelesen und bin großer Fan davon. Die Umsetzung ist in Ordnung und sie machen viel richtig, aber sie machen auch viel eher by the book, was dann leider schade ist. Man kann es sich gut durchschauen und wenn man die Vorlage nicht kennt, sind viele Fragen da noch drin, die man sich stellen kann. Und es wird auch mit der dritten Staffel definitiv abgeschlossen sein. In der zweiten Staffel soll es eigentlich noch eine ganze Folge mehr mit James McAvoy geben. Allerdings, gerade beim Anfang des Drehs ist die Pandemie ausgebrochen, deshalb gibt es nur sieben Folgen dieser Staffeln. Kann man, glaube ich, aktuell dann auf Sky komplett sehen. Ich weiß nicht, ob es auf Sky gelaufen ist. Ist okay. Ist keins der Highlight, aber hat eines der besten Titelsongs weiterhin. Einen der besten Titelsongs. Ja, oh mein Gott, ich liebe den Titelsong. Der ist so gut. Auch die ganze Sequenz, also ästhetisch ist das wahnsinnig ansprechend. Ich hatte ab und zu mal bei den animierten Tieren ein bisschen meine Skepsis, aber insgesamt ist es ästhetisch einfach wunderschön. Also vor allem auch die Kostüme und Szenerie sind wahnsinnig toll getroffen und es fühlt sich halt wirklich an, als wenn man in dieser Welt die Pullman da erschaffen hat. Aber wir waren ja eigentlich doch bei den Flops alle so Carnival Row war nicht eures und The Boys ist nicht eures. Gut, dass wir keine WG haben, sonst bräuchten wir einen zweiten Fernseher. Jawanna, was waren denn so deine, wo du sagst so, ah, war nicht so, bin ich nicht hängen geblieben? Also ich habe ja dieses Jahr nur ziemlich wenig geguckt, ehrlich gesagt. Also trotz Lockdown. Oder Filme auch, den du vielleicht ausgemacht hast oder so. Ja, nee, tatsächlich ist es dann bei mir immer so gewesen, wenn ich dann mal was gucken wollte und mich nicht entscheiden konnte, weil, also mich haben ganz viele Sachen einfach nicht gereizt. Das eine ist, so wie ich das vorhin mit Crown hatte, dass ich dachte, nee, da kann ich mich jetzt mental nicht drauf anlassen. Aber das andere ist, dass mich ganz viele Sachen einfach überhaupt nicht angesprochen haben. Also ganz viele auch so Sachen, die bei Netflix Hype waren, habe ich gedacht so, ah, okay, ja, brauche ich jetzt nicht. Ich habe da auch einige, dieses Barbaren zum Beispiel, da habe ich nur reingeguckt und gedacht so, nee, da lese ich lieber eine Geo-Epoche. Und ich bin dann tatsächlich, wenn ich, ich gucke das dann einfach nicht, also wenn mich das nicht anspricht, und dann gucke ich tatsächlich lieber Dokus. Und die absolute, lächerlichste Doku, die ich dieses Jahr gesehen habe, die trotzdem sehr informierend war, war über Hitlers Zug. Hitlers Zug. Okay, wir haben schon Hitlers Socken, Hitlers Fliegenfänger, Hitlers Unterhosen. Der Führer hatte nur ein Ei, was zum Henker ist. Hitlers Zug. Also Hitler hatte ja so eine Eisenbahn, ne? Und die war eigentlich ziemlich cool, weil damit konnten die halt in eine Stadt reinfahren und innerhalb von 20 Minuten hatten die da ein Hauptquartier aufgebaut, so mit Funk und allem, was damals halt der heiße Scheiß war. Und die Alliierten haben sich ständig gefragt, weil da gab es einen Waggon, der war über 200 Kilogramm schwer. Und die haben sich ja über zwei Tonnen. Ja, jedenfalls haben die sich die ganze Zeit gefragt, was ist da drin? Ist da ein Nuklearreaktor oder ein Waffenarsenal oder was auch immer? Und dann hat sich nachher herausgestellt, der hatte einfach da drin, das war der Waggon, wo sich Hitlers persönliches Badezimmer befand, das einfach komplett mit Marmor ausgelegt war. Und deswegen war das so schwer. Wow. Oh mein Gott. Das war einfach, also das habe ich nicht kommen sehen. Ich hatte auch Gerüchte, dass das mit Gold vergangen sein sollte, im Gold. Ja, also goldene hier Wasserhähne und sowas waren da auch. Aber die hatten halt vor allem Marmorwände, Marmorboden, Marmorbadewanne und so weiter. Das war halt scheiße schwer. Und dann mussten sie das halt auch noch irgendwie doppelt verstärlern, damit das halt überhaupt das Gewicht trägt. Dadurch wurde es aber noch schwerer und ja. Okay. Ja. Also ich habe keine Flops, weil ich das dann nicht gucke. Und mein Freund guckt ganz viel, was mich nicht anspricht. Und dann gehe ich einfach ins andere Zimmer und höre ein Hörbuch oder so. Deswegen, ich bin kein Flop-Mensch. Wie hier lässt du einen Flop? Leider divers. Ich muss noch eine Honorable Mention machen für beste Serie, weil waren dieses Jahr ein paar... Ich habe auch noch ganz viele beste Serien. Ja, wir haben jede Menge Zeit, liebe Leute. Eins, was man noch erwähnen sollte, wo wir aber nicht in den Detail eingehen brauchen, weil eigentlich jeder weiß, dass es gut ist, ist immer noch eine der besten Serien. Better Call Saul. Die Staffel hat man vielleicht schon wieder vergessen, dass es gelaufen ist, aber es ist eine der bestgeschriebensten Serien überhaupt. Aber was war denn Murks? Ja, leider muss man da so ein bisschen in die Star Trek-Richtung gehen. Also meiner Meinung nach in die Star Trek-Richtung gehen. Mach das Fass heute nicht auf. Mach das Fass heute nicht auf. Okay, wir haben es im Discovery-Podcast schon gesagt. Er hat gut angefangen, dritte Staffel. Hat am Ende leider, ist noch nicht ganz zu Ende, etwas enttäuscht. Picard hatte auch Potenzial, aber war dann eher eine Gurke. Ja, was war schlecht? Ich glaube, das einzig wirklich schlechte, was ich dann aber gut finden wollte und mir noch Gedanken drüber machen muss, war, glaube ich, The Witcher. Was? Was hast du gesagt? Ja, es ist einfach... Ich kannte die Vorlage nicht und habe die Spiele nicht gespielt. Das muss man dazu sagen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich mag Henry Cavill als Geralt sehr, aber leider ist der Aufbau und die Erzählweise für Leute, die es gar nicht kennen in dieser Staffel, ist absolut grausam und man müsste sie ein zweites Mal schauen, um überhaupt zu verstehen, was da abgeht. Deshalb ist es von mir eher ein Daumen nach unten und ich weiß nicht, ob ich die Zeit investieren sollte, mir das dann nochmal anzuschauen. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne auch die Vorlagen nicht und ich war auch ein bisschen verwirrt, weil das Problem mit den Zeitsprüngen ist ja, dass wir zu viele Charaktere haben, die nicht altern. Das ist halt leider ein Problem, dass man diese Zeitsprünge nicht so gut kennzeichnen kann. Aber ich fand es, eben weil ich nicht wusste, was kommt, als ich dann langsam begriffen habe, so, oh, warte, oh, das ist vor dem, oh, oh, das fand ich total spannend und genau deswegen fand ich das total cool. Ja, also es gibt auch, wie gesagt, Elemente in dieser Serie, Toss a coin to your Witcher, habe ich auch, über uns wohnt jemand, hat eine Freundin, die scheinbar Sängerin ist und die ist dieses Jahr mit eingezogen. Die singt gerne und viel und die singt auch richtig gut, aber manchmal nervt es, wenn man ungefähr 30 oder 40 Mal da eine Toss a coin to your Witcher gehört hat. Also das ist eines der guten Elemente, aber wie gesagt, die Erzählstruktur, hätte man das anders geschnitten, hätte das richtig gut werden können, aber so war es leider sehr unnaber. Es hätte einfach gereicht, wenn die einblenden würden, welche Zeit gerade ist. Das muss auch noch nicht mal sein, weil das ist ja ein gewisses Mysterium und ich verstehe, was sie damit erreichen wollten. Ich verstehe absolut, was sie damit erreichen wollten, hat allerdings für mich filmisch nicht funktioniert. Nee, für mich auch nicht. Der Jürgen fragt im Chat gerade, ob denn einer von uns Utopia gesehen hat und ob wir dazu eine Meinung haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, lieber Jürgen. Ich weiß, dass es auch sein läuft, aber... Es gab mal eine Satz-1-Show dieses Utopia, die lief aber nur drei Folgen, dann wurde sie schon wieder abgesetzt, das ist schon 20 Jahre her. Mir sagt es irgendwas, aber Jürgen, sag mal, wo hast du das denn geguckt? Jürgen, sag mal, wo hast du das denn geguckt? Ansonsten musst du uns deine Meinung dazu mitteilen, denn wir haben keine. Ja, was hast du so als Utopia? Also Utopia, es ist auf meiner Liste und es weckt Interesse, aber es reißt mich einfach noch nicht. Das ist das Problem. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich habe so wenig Motivation gehabt, Dinge zu gucken. Und ja, wenn du dann halt keinen Drang hast, das zu sehen, dann ist es halt leider, rutscht es immer weiter runter auf der To-Watch-Liste. Ja. Aber es war Amazon, das wollte ich noch dazu sagen. Also ich habe es auf Amazon Prime in meiner Watch-Liste und es war ein, die haben es leider nach einer Staffel auch schon wieder eingestellt. Also wenn man es jetzt noch gucken will, es ist immerhin schon zu Ende. Man kann es am Stück gucken, aber es ist halt auch schade, weil eingestellt heißt ja meistens nicht abgeschlossen. Mein absoluter Flop in diesem Jahr ist ein Film, der aber, also im letzten Jahr, ist ein Film, der nicht im letzten Jahr rauskam, den ich aber da zum ersten Mal geguckt habe, wegen dir. Ja. Und das war Shagnado. Das war einfach eine richtige Zeit. Ja, wie kannst du denn Shagnado nicht feiern? Boah, das war furchtbar. Ja, aber das ist ja das Geile daran, dass das so furchtbar ist. Ja, nee, ich war einfach nur schrecklich. Also ich finde ja der Beste aus der Reihe ist Shagnado 5. Ansonsten habe ich glaube ich... Nein, keine Ahnung, habe ich nicht. Im letzten Jahr habe ich glaube ich den Rewatch von Berlin Berlin gemacht. Oh ja. Und festgestellt, weil die haben einen Film rausgebracht zur Serie Berlin Berlin aus den frühen 2000ern. 90er, 2000er. Ja. Gab es Berlin Berlin. Vorabendserie ARD. Genau, und das habe ich super gerne geguckt damals als Kind und ich fand das ganz toll. Und dann haben sie einen Film rausgebracht. Ich habe den Film geguckt, festgestellt, der Film ist einfach so belanglos und der hat auch mit dem Ende der Serie überhaupt nichts mehr zu tun. Was ich einfach irgendwie komisch fand, weil es war total zusammenhanglos und die Charaktere sind einfach fürchterlich. Und dann habe ich den Rewatch gemacht und habe die Serie nochmal geguckt und ich habe es kaum ausgehalten, die zu Ende zu gucken. Es war einfach nur schrecklich. Ich habe festgestellt, dass diese Charaktere alle so überzogen schlecht geschrieben sind, dass diese Hauptfigur Lolle, die ist einfach furchtbar. Die ist ein ganz furchtbarer Mensch. Aber es kam einem 2001 echt nicht so vor. Ja, irgendwie dachte man, ah, die ist voll lustig und süß und nein, die ist einfach nur blöd. Die ist einfach richtig dumm, diese Frau. Tut mir leid, dass ich das sage. Es geht mir mit sehr vielen Sachen aus den frühen 2000ern so. Boah, also wirklich. Ich habe es echt fast zwischendurch immer wieder ausmachen müssen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Aber ich habe gesagt, okay, ich gucke es jetzt wirklich zu Ende, weil ich wissen wollte, ob das Ende der Serie was mit dem Anfang vom Film zu tun hat. Nein. Nein. Warum macht man so einen Film? Ja, habe ich nicht verstanden. Okay. Ein Produkt seiner Zeit. Ja, es ist definitiv. Das trifft absolut zu einem Produkt seiner Zeit. Ansonsten, ich weiß gar nicht, was haben wir denn noch? Mir fällt gerade irgendwie nichts Schlechtes mehr ein, sondern wenn, dann höchstens auch nur noch gute Sachen. Wir haben zum Beispiel die John Wick Filme jetzt im letzten Monat. Also ich hätte noch, ich hätte noch. Noch mal kurz bei den Schächten, weil ich habe auch noch was, dann können wir ja noch so durch unsere Liste browsen. Ja, guten Trash. Ich hätte noch guten Trash. Also das ist ein schlechter Film, der aber irgendwie lustig anzugucken war. Der ist auch auf Netflix und der heißt Easy und Ossi. Habe ich gesehen. Ja. Der wurde so hart auf mich gemarket, hinkt auf Netflix, dass ich nicht anders konnte, als ihn zu gucken. Und der hat, ich habe ihn nicht ausgemacht. Also er war nicht so spannend, dass ich ihn nicht gemacht habe. Es war ein netter Sonntagnachmittag-Film. Es ist so ein Bügel-Film, ne? Ein Teil mit so ein paar lustigen Sprüchen zwischendrin, aber auch einer relativ belanglosen Geschichte und sehr vorhersehbar. Ja, voll. Aber die Charaktere sind spaßig und weil es eben keine RTL-Produktion oder öffentlich-rechtliche oder so sind, sind es auch einfach mal frische Schauspieler, deren Gesichter man noch nicht eine Million Mal gesehen hat. Und das macht irgendwie Spaß. Aber du kennst die auf jeden Fall, wenn du Fuck You Goethe geguckt hast. Da sind die auf jeden Fall. Ja gut, ich gucke sowas ja eigentlich gar nicht. Das ist voll super. Es gibt ja einen Fuck You Goethe 3 mittlerweile. Ja. Ja. Das Einzige, was ich von Fuck You Goethe kenne, ist Heuleiser-Chantal-Jacquine, wie auch immer. Ist in Karl. Heuleiser, das finde ich super. Ich muss auch gestehen, ich habe noch nicht einen einzigen Fuck You Goethe-Teil gesehen. Die sind auch belanglosen. Der erste ist gut. Den ersten kann man sich gut ansehen. Ja, der ist ganz nicht mehr belanglosen. Ich höre schon Deutsche Promödie und bin halt schon raus. Ich fand es schrecklich. Ich fand, es war eine Beleidigung. Für Goethe auf jeden Fall. An Goethe. Ohne es gesehen zu haben, bin ich bei dir. Mein Flop, muss ich ganz ehrlich sagen, also weil die Fallhöhe so hoch war, wäre das nicht so riesig promotet worden, hätte ich es vielleicht gar nicht so kritisch bewertet, war leider die Barbaren. Ja. Das war also ganz großer Käse. Also die haben sich da bestimmt Mühe gegeben etc., aber das will ein Viking sein und es ist zu keinem Zeitpunkt, es will ein Gladiator sein, es ist zu keinem Zeitpunkt. Es ist halt Terra-X-Doku. Genau, du hast die ganze Zeit, denkst du, jetzt kommt gleich Guido Knopp oder Harald Lesch und erzählt uns, was wir da gerade gesehen haben. Es hat so diesen CTF-Terra-X-Charme von so Re-Enactment-Gedöns irgendwo im Westerwald. Ja, also, nee, nee, nee. Dann bin ich umso froh, dass das das Einzige war, wo ich wirklich nach ein paar Sekunden wieder weggeschaltet habe. Ja, da hast du absolut nichts. Also es ist wirklich, das ist sicherlich, die haben sich, das mag, wenn das ein Historiker guckt, vielleicht sogar super detailgetreu sein, wie sie das Römerlager aufgebaut haben und keine Ahnung was. Mag ja alles sein. Die Römer sprechen sogar Lateinisch und ziehen das sogar konsequent durch und so weiter. Ja, alles, alles ganz nett gemacht, aber es ist leider vom Look and Feel her hat das wirklich, ist das wie so eine ZDF-Produktion. Also es sieht halt echt so aus wie so ein Traumschiff oder Cati Fjorde Ding oder so und die Story ist unglaublich banal und hanebüchen. Also die ist noch unter Gladiator-Niveau und da ist die Story schon unglaublich fach, aber der hat wenigstens Schauwerte und da sind noch nicht mal Schauwerte. Also, barbaren, so leid es mir tut für eine deutsche Serie oder eine deutsche Produktion, das war leider nix. Wie ist denn eure Sachen redet, die in Fallhöhe sind? Ja, Fallhöhe, ja. Fallhöhe, leider muss ich da zwei Sachen dieses Jahr hervorheben. Einmal, ich wollte ihn auch gut finden, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich andere Sachen lese, ist das doch teilweise so ein ziemlicher Murks gewesen, Tenet. Mittel, ja. Ja, und wo ich mich echt darauf gefreut habe, aber der dann eher enttäuscht hat, weil er mit zu vielen Klischees gespielt hat, Wonder Woman 2. Noch nicht gesehen. Da darfst du noch nix zu sagen, aber man hört nicht so dolle Sachen, das ist wohl wahr. Ja. Man kann sich durchaus mit einem VPN-freien, wenn es dann auf legalen Wegen sein will, der Emu, der hat es zum Beispiel auch so gemacht. Ja, unser Comic-Book-Emo. Aber ja, Tenet und Wonder Woman 2, zwei Sachen, die hoch gehypt worden sind, genauso wie Westworld Staffel 3 waren doch, da war die Fallhöhe leider ein bisschen zu hoch im Nachhinein. Ich fand Staffel 3 von Westworld wieder gut im Gegensatz zur zweiten Staffel. Ja, ich fand sie am Ende eher belanglos. Ja, am Ende war es auch wirklich, die Staffel war am Anfang ganz gut und wurde sie halt irgendwie immer schwächer. Ja, wir haben auch in unserem Podcast das Worldbuilding gelobt, also das Worldbuilding am Anfang fand ich schon toll, es sind ja auch großartige Schauspieler dabei, aber man fragt sich aktuell noch, what's the point, wo geht's jetzt wirklich? Ja, genau, es hat halt keine gerade Linie mehr. Ja, das ist richtig. Etwas enttäuscht war ich auch von der vierten Staffel Fargo, die kann man auf Join gucken. Ihr könnt euch also gerade bei Join einen Freimonat machen und dann kann man eigentlich die zwei Sachen, die bei Join interessant sind, gucken, nämlich Fargo. Fargo, die vierte Staffel ist eine Anthology-Serie, hat mit dem Fargo-Film nichts zu tun, außer das, sag ich mal, die Skurrilität der Charakter und so diese etwas abgedrehte Erzählweise der Coen-Brüder, die muss einem schon liegen, aber wenn einem das liegt, ist man bei Fargo eigentlich richtig. Von allen vier Staffeln ist das allerdings die schwächste, weil es am Ende einfach nur eine Gangster-Story ist, die man schon tausendmal gesehen hat. Also von daher schade. Dafür habe ich dann aber auf Join nachgeholt und dafür lohnt sich der Freimonat absolut und wie gesagt, ihr könnt danach sofort wieder kündigen. What we do in the shadows? Leck mich am Arsch, was habe ich mich weggeworfen vor Lachen? Unglaublich lustig, unglaublich lustig. What we do in the shadows? Basiert auf dem Film Vier-Zimmer-Küche-Sag. Ja, ich sehe schon, ich bin nicht der Einzige. Der auch What we do in the shadows im Englischen heißt. Die Cameos, das ist durchdacht von der ersten Folge bis zur letzten Folge von der zweiten Staffel. Ihr könnt zwei Staffeln auch gucken. Die ganze Staffel fand ich, war noch sehr schwach, musste erst mal ankommen, aber zweite Hammer. So unfassbar gut. Die kann man auf Join gucken. Ja, auf Join. Also der erste fand ich auch gut, ist halt alles, was Taika Waititi macht, der Kerl hat es einfach drauf. Es ist halt gut zu wissen, dass es die da gibt. Ja. Ich war völlig geplättelt von den ganzen Cameos. Wir werden sie jetzt im Detail nicht nennen. Ja, gibt es auch auf O-Ton. Also immer. Da habe ich auch auf O-Ton geguckt. Worum geht es für alle, die es nicht wissen, es ist eine Mockumentary und ich glaube, wenn ihr den Film guckt und den gut findet, dann seid ihr bei der Serie absolut aufgehoben. Also worum geht es? Es geht um eine Vampir-WG und die besteht im Film und ich rede jetzt nochmal aus vier Vampiren. Ich sage mal, das sind so die klassischen Klischee-Vampire, die es halt so gibt. Also einmal so den klassischen Monster-Vampir, dann einmal so eher so aus Interview mit dem Vampire, dann so den rumänischen Flatt-Tepisch-Vampir und ich weiß gar nicht, wer im Film nur noch alles dabei ist. Twilight. Bitte? Twilight. Wer war das nochmal? Nick. Der neue. Ach ja, genau. Und der neue. Ganz genau, der neue Vampir. Und der Sehensauger. Genau, und das Ganze ist halt gefilmt wie der Doku, also eine Mockumentary und die sind halt, ich glaube, der Film spielt noch in Neuseeland, wenn ich mich recht entsinne und das ist so ein bisschen so eine Fish-out-of-Mortar-Geschichte, wie halt Vampire sich in unserer heutigen Zeit halt verhalten und zurechtfinden und die hellsten Kerzen auf der Torte sind es halt jetzt alle nicht. Die sind halt alle schon älter, die hatten nicht so eine krasse Schulbildung. Ja. Wobei mein absolutes Highlight in der Serie ist der Energiewampir. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Gary. Das Langweiligste an der Serie. Ich fand aber die Idee so geil, dass Typen, die dich im Büro zu dodelabern, dass sie das tun, weil sie Energiewampire sind und die Lebenslust von Leuten aussaugen. Ich fand diese Idee einfach so grandios. Und da gibt es das Gegenstück, die lebt von Trauer. Genau, da gibt es noch eine andere Vampirart, die erzählt immer traurige Geschichten, damit die Leute traurig werden. Dafür leben die dann auch. Ich bin halt ein großer Fan von Matt Berry, der den Laszlo da spielt, der auch in IT-Cloud dabei ist und auch diverse Voice-Acting, Voice-Rollen in diversen Trick-Film-Serien hat. Ich liebe diesen Typen. Ja. Großartiger Fan. Aber es ist auch einfach, weil ich mich sehr gut mit der identifizieren kann. Wenn ich ein Vampir wäre, wäre ich Nadja. Ich weiß endlich, wen ich cosplayen kann. Ich kann mit Barry cosplayen. Ja. Ja, dann könnt ihr dann zusammen Barry und Nadja machen. Auf der nächsten Con. Da schiebe ich dann doch gleich mal eine Frage dazwischen, die uns im Discord erreicht hat. Dann können wir nämlich die auch gleich mal abhaken. Da fragt nämlich der Stefan77. Mich als Nerd und Cosplayer würde interessieren. Freut ihr euch? Worauf freut ihr euch im Jahr 2021 besonders? In der angespannten Corona-Lage aber sicher nicht leicht zu beantworten. Aber ein bisschen Optimismus und Vorfreude schadet ja nie. Ich formuliere die Frage mal ein bisschen um. Wenn es Konz wieder gäbe, so im Sommer, würdet ihr hingehen? Oder sagt ihr, na, lieber nicht? Wieso Konz? Ich freue mich, wenn ich irgendwann mal wieder ins Kino gehen kann. Ich weiß, ich bin schon eine Stufe weiter. Ja. Also nur mal so am Rande. Das habe ich heute Morgen auch noch zu ihm gesagt. Als ich gesagt habe, ja, ich würde gerne mal wieder ins Kino gehen. Aber eine Konz wäre natürlich auch schön. Ich denke, da sind wir alle der gleichen Meinung, dass wir abwarten müssen, wie die Situation da ist. Und dann man einfach mal gucken muss. Wenn immer noch Chaos herrscht, dann werde ich da keinen Schritt reinsetzen. Aber wenn es bis dahin wieder was ruhiger ist, wenn es ein gutes Hygienekonzept gibt und so, dann why not? Also ich muss an der Stelle mal eine Lanze brechen für die Comic-Con Germany, für die wir ja donnerstags auch immer den Twitch-Kanal betreiben. Die haben noch vor dem zweiten Lockdown eine kleine Testveranstaltung gemacht in Dortmund, die Filmbörse Dortmund. Und hatten da wirklich also ein strenges Hygienekonzept, das muss man ganz ehrlich sagen. Und was mich wirklich, wirklich beeindruckt hat, ist, dass ich, also wir waren den ganzen Tag da und ich sage jetzt mal, 199 Prozent der Leute haben sich wirklich dran gehalten. Das war unglaublich, also das war nicht groß. Das war nur in einer Halle und da war locker nur die Hälfte der Händler drin, die da normalerweise sind. Plus ein paar Fotopoints. Aber die Fotopoints waren zum Beispiel so gemacht, dass die Fotografen mit Perspektive gearbeitet haben. Das heißt, du hast immer einen Meter, zwei Meter Abstand zum Star gehabt. Das siehst du auf dem Foto aber nicht, weil die einfach die schräg hintereinander gestellt haben zum Beispiel. Oder sie hatten den eisernen Thron von Game of Thrones da und die Schauspieler von Game of Thrones hatten einfach so ein Langschwert, mit dem sie dann die Menschen, die sich mit ihnen fotografieren wollten, zum Ritter geschlagen hat. Und schubs war der Abstand gehalten. Und das muss man ganz ehrlich sagen, das hat richtig gut funktioniert. Zumindest, ich sage mal jetzt, mit weit unter tausend Leuten. So eine richtige Con über fünf, sechs Hallen sehe ich nicht. Sehe ich einfach nicht. Das kriegst du nicht durchgesetzt. Das kriegst du, glaube ich, so nicht durchgesetzt. Das ist ein bisschen deprimierend. Also ich muss dazu sagen. Ich muss nur sagen, wenn du auf einer Con bist und du triffst deinen Star und du kannst ihn halt nicht umarmen, sondern du stehst halt einfach so einen Meter vor ihm. Das ist auch irgendwie komisch. Ja. Ich muss mal eben kurz. Sorry, aber ne? Ihr diskutiert mal weiter. Ich muss mal eben schnell hier das Bild etwas zurecht zuppeln. Ja, ich muss dazu sagen, also ich habe eine Autoimmunerkrankung. Ich bin also sehr anfällig. Und ich habe auch Vorerkrankungen. Also ich habe eine Herzrhythmusstörung und so. Also ich habe Riesenangst vor dieser Krankheit und bin super, super vorsichtig. Und auf so einer normalen Convention, unter normalen Bedingungen, werden schon so viele Leute danach krank. Mit einer Erkältung, mit Magen-Darm, mit was auch immer. Das ist einfach in der Größenordnung, glaube ich, geht es einfach kaum. Also da musst du dann, die Klimaanlagen sind halt meistens auch nicht darauf aus mit diesen Filtern und so, sondern es sind nur so Umweltsdinger. Und da müsste man wirklich komplett was Neues aus dem Nichts holen. Und ich mag ja sowieso am allerliebsten so das Beisammensein und das Leute treffen und umarmen und weiß nicht was. Und das ist einfach noch nicht gegeben. Geht noch eine Weile dauern, ja. Dann würde ich sagen, macht jeder jetzt nochmal aus seiner Liste noch einen Tipp. Und Serien oder auch gerne noch einen Film. Dann haben wir hier noch ein paar Fragen. Und dann würde ich mal gerne von allen, die im Chat sind, auch mal wissen, schreibt doch mal eure Serien-Tops und Flops rein. Dann können wir ja da vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen. Michael, fangen wir bei dir mal an. Was hast du denn noch auf der Liste, wo du sagst, muss ich eben noch kurz erwähnen. Ich gehe ganz schnell durch. Was du mir auch empfohlen hast, die Americans habe ich gebingt. Wunderbar. Kann man sich schauen. Das ist erwähnenswert. An Filmen hatte ich so noch gar nichts. An Filmen, mein Highlight, eins der Highlights, 1917. Ja! Ich glaube, da rennst du offene Türen. Ja. Wo ich gar nicht mit klargekommen bin, eigentlich mit dem Humor, aber trotzdem geschaut habe, weil ich den ersten Teil nicht gesehen habe. Bora 2, Subsequent Movie Film. Ähm, und was hier noch nicht, ich weiß nicht, wie er hier bisher erschienen ist. Ähm, man muss gegebenenfalls andere Quellen zu Rate ziehen. Ähm, mich Highlight dieses Jahr Palm Springs. Ähm. Das kenne ich gar nicht. Worum geht's das denn? Ähm, Palm Springs ist ein Time-Loop-Movie. Ähm, der aber sehr clever und sehr humorvoll gemacht wurde. Ich komme jetzt nicht auf den, ähm, Namen von dem Schauspieler. Ach so, doch, äh, Adam Sandberg macht er mit. Und, äh, Christine Melotti. Adam Sandberg, den kennt man von Saturday Night Live und von, äh, Brooklyn Nine-Nine. Und Christine Melotti, die hat die, äh, Mutter bei How I Met Your Mother gespielt. Ähm, wunderbare Chemie haben die, äh, beiden. Ist sehr clever aufgezogen. Eigentlich habe ich mehr oder weniger durch den Time-Loop-Movie jetzt schon gespoilert. Ähm, aber er fängt nicht bei der ersten Loop an. Und das ist das Spannende, äh, dabei. Wir treffen ihn, wo er irgendwie, wir wissen nicht, den wievielsten Loop er schon durch, äh, gelebt hat. Aber wir treffen ihn, äh, da. Und er wird nicht alleine bleiben. Und mehr sage ich nicht dazu. Weil, wenn jemand einen schönen, kleinen, lustigen Film gucken will, der auch wirklich clever aufgezogen ist, äh, Palm Springs. Und das war es, glaube ich, jetzt an meinen, ich gucke nochmal ganz kurz durch. Ich habe viele Rewatches gemacht. Ansonsten, äh, habe ich gezockt. Aber das lassen wir jetzt mal sein. Jenny, wie sieht es bei dir aus? Was hast du noch auf der Liste, wo du sagst, muss noch raus heute? Ähm, ja, mein Number One To Go wäre auf jeden Fall auch 1917 gewesen. Weil das für mich der beste Film war, den ich letztes Jahr gesehen habe. Ich habe den sogar noch viermal im Kino gesehen letztes Jahr. Also, das will schon was heißen. Ganz ehrlich, da beneide ich dich drum, dass du dieses, also ich fand den auch wirklich gut, aber ich glaube, ich fand den auch nur gut, ich sag mal, na, zwei plus. Schlecht? Ja, weil mir, ja, weil mir dieses, weil du, das ist, das ist ein Kinofilm, made for cinema. Ja, auf einem sehr großen Fernseher mit einem guten Soundbar. Hätte ich, hätte ich sogar, aber das ist was für ein Kino. Das, dieses immersive Erlebnis hast du nicht, äh, wir haben hier 65 Zoll, selbst das, äh, wir könnten sogar einen Beamer schmeißen, aber das ist so ein, das ist so ein Kino-Ding. Ich glaube, wenn ich aus dem Kino rausgekommen wäre, wäre ich auch platt gewesen, im positiven Sinne. Ja, kann ich verstehen. Ja, und, äh, als zweites habe ich noch als Film, weil wir ja gerade auch schon, äh, Taika Waititi genannt haben, Jojo Rabbit. Der ist auch ganz toll. Der ist lustig und tragisch und er hat einfach die perfekte Mischung und ist grandios. Er hat den Oscar verdient fürs Drehbuch. Ist noch auf meiner Watchlist, habe ich noch nicht geschafft. Musst du gucken. Lea, was hast du? Ja, auch bei mir, ganz klar, 1917, Jojo Rabbit, aber war ich auch noch super fun hier. Onward war mega geil, der Eurovision-Film war unfassbar gut. Danke, sag's dem, sag's dem Michael mal bitte, dass der Eurovision-Film unfassbar gut war. Boah, ja, 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 Ding Dong, Alter. Ja, 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 Ding Dong. Michael, großartig. Ich hab mir ihn angetan, äh, die ersten Minuten, dann hab ich nicht weitergeschaut, dann hat Chris mich irgendwann geprügelt, dass ich ihn weiterschauen, äh, soll. Ja, er war okay, aber man muss wirklich auf Eurovision sehen. Ja, okay, okay. Okay, okay. Äh, ja, Birds of Prey fand ich mega, Drei Engel für Charlie, äh, kleiner Geheimtipp, Marie Curie, der Film, auch super genial, das Leben von Marie Curie. Und, äh, an Serien, ähm, How to Sell Drugs Online Fast, zweite Staffel war mega geil, Bonding war eine mega gute Serie, kommt jetzt, äh, die zweite Staffel raus, da freu ich mich unfassbar drauf. Äh, natürlich, äh, Sex Education, die zweite Staffel, ähm, The Great, die Serie, auch hammermäßig, echt super. Und natürlich Umbrella Academy, die zweite Staffel, Klaus, ich bin halt so ein Klaus-Fan. War besser als die erste Staffel, ja. Ja, Manna, was sagst du? Äh, ja, also, ich kann einiges bereits Gesagtes, äh, nur unterschreiben, bei mir steht auch Sex Education und Umbrella Academy ganz weit oben. Ich habe mich außerdem, ähm, sehr darüber gefreut, dass es eine neue Staffel Big Mouth gab. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt, das ist eine recht ordinäre Zeichentrickserie auf Netflix über pubertierende, äh, junge Menschen und ihre Hormonmonster. Die es aber schafft, äh, sehr, sehr wichtige Themen sehr direkt und ehrlich anzusprechen und, äh, in der neuesten Staffel ist zusätzlich zu der schon bekannten Depressionskatze, die sich einfach nur auf dich drauflegt, damit du dich nicht mehr bewegen kannst, jetzt auch noch die Anxiety-Moskitos dazugekommen. Ähm, und, äh, ich konnte mich mit dem Ganzen, obwohl es sich eigentlich um halt früh pubertierende geht, sehr gut, äh, identifizieren. Ähm, ich habe außerdem geguckt, äh, Babylon Berlin, The Alienist, äh, Swedish Dicks, das fand ich sehr lustig, Swedish Dicks, kann ich empfehlen. Ähm, ähm, es gibt eine animierte Serie von den Trailerpark-Boys, wenn das irgendwem was sagt, das ist, äh, Favorite von meinem Freund, ähm, absolute, äh, ja, Trailerpark-Spackos aus Kanada. Ähm, ähm, und, äh, Filme habe ich nicht so viele geguckt, außer Dokus, es gibt eine, äh, sehr, sehr geile Doku auf Netflix über, äh, tanzende Vögel, also das Balzverhalten von Vögeln und ihre Tänze und das hat mich aus dem tiefsten Loch rausgeholt, äh, ähm, das habe ich auch schon mehrfach geguckt. Hat jemand diesen Oktopus-Film gesehen? Diese Oktopus-Film gesehen? Ja, mein Oktopus-Teachers. Und? Äh, äh, ist sehr seltsam, aber ist doch am Ende sehr rührend und man findet ein paar sehr interessante Sachen über diese Tiere raus, dass man sie nicht nochmal essen möchte. Verdammt. Mess! Verdammt, ich mag keine Maris. Nein. Und mein absolutes, ähm, Feel-Good-Highlight des Jahres ist, äh, Highschool-Musical, the Musical, the Series. Das hat super viel Spaß gemacht. Das hat super viel Spaß gemacht, hatte total den Nostalgie-Faktor und, ähm, da fand ich es auch echt gar nicht schlimm, dass es da nur eine Folge pro Woche gab, äh, weil mich das dann wenigstens jedes Mal wieder aufs Neue zum Lachen gebracht hat. Äh, ich fand, äh, ich fand, um, was... Die muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, der auch als... Highschool-Musical? Genau. The Musical, the Series. The Series, genau. Ist super. Es geht darum, dass an der Schule, wo damals Highschool-Musical gedreht wurde, ähm, möchten die jetzt ein Musical aufführen über Highschool-Musical, also das, dieses, diesen Film als Musical darstellen. Und das Ganze dann wird noch von einem Serienteam begleitet, äh, und dann, ja, es ist wunderschön. Und, äh, ja, ich hab jetzt auch gerade den neuen, äh, Pixar-Film geguckt, Soul, den fand ich auch sehr, sehr schön. Ja. Ähm, äh, leider wieder ein bisschen das Tiana-Problem. Wir haben, äh, einen braunen Hauptcharakter, der aber den Großteil des Filmes nicht in seinem eigenen Körper ist. Schade. Aber, äh, wenigstens geht... Von der Stimme, ja. Die dann der Hauptcharakter ist, ja. Genau. Äh, aber der Film an sich ist schön. Es geht nicht nur um Jazzmusik, sondern um Gefühle und um die kleinen Dinge im Leben. Und das ist halt ein Thema, das mir jetzt gerade gegen Ende des Jahres natürlich sehr am Herzen lag mit meiner Klinikbehandlung. Und, äh, als ich dann wiederkam und genau diesen Film parat hatte, das hat mich, äh, bis ins Herz getroffen. Das fand ich sehr, sehr schön. Kann ich dir zustimmen. Der Film ist gut. Ich hätte mir aber mehr Soul in diesem Film. Nichts gewünscht. Ähm, kann man sich drüber streiten. Ist so eine Mischung von Pixar-Filmen. Er hätte sicherlich noch mehr aus der realen Welt mit ihm rausholen können. Aber ja, ist ein guter Film. Wird am Ende halt doch so ein bisschen so eine Body-Switch-Komödie. Freaky Friday-mäßig. Ja, ja, so ein bisschen. Aber er war schon, war schon, war schon, war schon gut. Ich müsste eigentlich im Vergleich nochmal Alles steht Kopf gucken, weil er auch so ein Meta-Thema hat, ob die vergleichbar sind. Also ich hab den vor kurzem... Alles steht Kopf ist besser. Ist besser. Ja, hab ich auch irgendwie ein bisschen besser in Erinnerung. An Alles steht Kopf geht nichts dran. Also Alles steht Kopf ist bei mir bei Pixar-Filmen ganz, ganz, ganz oben. Der ist einfach grandios. Ich hab ihn nur einmal gesehen, aber ich hatte ihn auch so einen Ticken besser in Erinnerung, ja. Was, was auch lustig ist, weil die in Soul wird der eine ja von Tina Fey gesprochen und in Alles steht Kopf inside, äh Out von Amy Poehler, die quasi im Leben beste Freunde sind. Passt ja auch perfekt. Ja. So, was hast du denn noch so? Ja, was hab ich, also wie die Lea schon sagte, Bonding fand ich super. Das hab ich jetzt auch grad nochmal angefangen zu re-watchen, weil es halt jetzt am 27. die zweite Staffel gibt. An meinem Geburtstag! Dann hab ich noch Unorthodox, das fand ich auch super interessant, das seh ich grad, das hab ich im März geguckt. Ja, das war geil. Und das hat mir nochmal so eine ganz andere Welt irgendwie gezeigt, weil diese ultra-orthodoxen Juden, das ist echt krass. Also diese Kultur, die die leben, ist Wahnsinn. Also Wahnsinn. Das war echt krass, das war auch gut gemacht und spannend und überhaupt. Ja, also es war wirklich eine gut gemachte Serie, hat mir sehr gut gefallen. Dann auf jeden Fall Umbrella Academy, die zweite Staffel. Also die erste fand ich, da musste man erstmal so ein bisschen reinkommen, ich fand die auf jeden Fall cool. Aber die zweite war echt mega. Ich hab die richtig, ja, spannend empfunden und ich freu mich so auf die dritte. Also ich kann es gar nicht abwarten. Kannst du den Comic vorher lesen? Ist die dritte Staffel? Nein, ich warte auf die Verfilmung. Und was ich noch sehr gut fand, war die letzte Staffel Lucifer. Ja, und da gibt's nämlich so einen krassen Cliffhanger jetzt. Naja, so krass ist er jetzt auch nicht, aber er ist auf jeden Fall sehr spannend. Und da freu ich mich auch auf die neue Staffel, wenn die dann hoffentlich dieses Jahr rauskommt. Ja, das war jetzt die fünfte Staffel, beziehungsweise das ist der zweite Teil der fünften Staffel, der jetzt dann rauskommt. Hoffentlich bald. Ja, dann mach ich nochmal meine Honorable Mentions, was ich noch so habe. Ich guck grad mal eben, ich hab so einen, obwohl ich überhaupt keine Ahnung davon habe, kann ich einfach bei Ghost in the Shell nicht weggucken. Also ich gucke alles, was Ghost in the Shell ist. Dabei raffe ich die Hälfte gar nicht, weil ich irgendwie dauernd vergesse, wie die Nakaburas und Yoshimutsis und keine Ahnung, wie da alle heißen. Die sehen auch, manche Charakter sind immer die gleichen, aber ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, wie die heißen. Trotzdem gucke ich jedes Mal Ghost in the Shell. Ich habe keine Ahnung, wie die Reihenfolge, wie ich das richtig gucken muss, weiß ich nicht. Aber es gab eine neue Netflix-Serie, Ghost in the Shell ist alles, was Ghost in the Shell ist, kann man mehr oder weniger auf Netflix gucken. Also von daher, das war schon mal eine richtig gute Sache. Dann habe ich jetzt Vikings beendet. Ehrlich gesagt, mehr oder weniger nur aus Chronistenpflicht, weil so der Knaller war das am Ende jetzt dann leider auch nicht mehr. Ein absolutes kleines Highlight war aber dann noch, wir hatten vorhin schon Borat erwähnt, Borat 2. Aber ich rede von einem anderen Produktion, die Sacha Baron Cohen gemacht hat, nämlich The Spy. Und in The Spy geht es um eine reale oder eine echte Geschichte eines israelischen Spions, der es geschafft hat, in Syrien, ja, oder im Libanon, ich weiß gar nicht, in Syrien, bis in höchste Regierungskreise vorzudringen. Und Sacha Baron Cohen spielt also diesen Eli Cohen, diesen Spion. Sind vier, fünf Teile, kleine Miniserie, extremst gut gemacht. Für Star Trek-Fans interessant, Alexander Siddick, also Dr. Bagir aus Deep Space Nine spielt auch mit. Dann Netflix. Und hier der FBI-Nachbar von der Americans, der spielt auch mit, hab vergessen, wie der gerade heißt. Ja, der auch in Truman schon. Ja, richtig, ganz genau. Dann, ähm, was hab ich denn hier noch? Tüt, 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 tüt. Ich hab angefangen mit Dragon's Dogma, aber auch nur angefangen, war leider nicht so ein Knaller. Ähm, dann hatte ich auch noch angefangen mit diesem Away. Auch das hab ich noch nicht zu Ende geguckt. Ist dann halt auch wieder irgendwie so ein kleines Urteil drüber, ähm, dass das Ganze nicht so war. Ähm, was hab ich hier noch so stehen? Jack Ryan geht demnächst weiter, guck ich aber auch nur eher aus Chronistenpflicht, all dieweil. Ich einfach die Bücher kenne und Tom Clancy, ich weiß nicht, warum man das einfach nicht anständig verfilmt hinkriegt. Ein Highlight an Filmen, das hab ich... Die Serie war doch recht spannend. Ja, aber es hat einfach nichts mit den Büchern zu tun. Ich hätte einfach gern die Bücher verfilmt und nicht irgendwie so. Das ist einfach im Prinzip der Name Jack Ryan draufgepappt und es hat gar nichts mit dem zu tun. Naja, ähm, aber ein Highlight, was ich noch hatte, wo ich einfach gar nicht wusste, was auf mich zukommt, war Enola Holmes. Oh ja. Oh ja, der war schön, der hat mir auch gefallen. Ja, einfach, weil ich gar nicht wusste, was auf mich zukommt und ich war extremst positiv überrascht, weil es einfach ein richtig schöner... Ich hab mich so erinnert an die Abenteuer des jungen Sherlock Holmes, falls ihr den kennt. Film aus den 80ern kann ich an der Stelle nur empfehlen. Das war sehr frisch mit Millie Bobby Brown. Ich find die so... Ach, dieses junge Talent. Dann war was ganz anderes, ein Film, den ich geguckt habe, weil er mir auf WDR 5 Skala empfohlen wurde, nämlich Gundermann geht um einen vor einigen Jahren verstorbenen Filmemacher, Liedermacher aus der ehemaligen DDR. Klingt jetzt total spannend, ist es aber in der Tat wirklich, denn der war gleichzeitig, ich sag mal, so ein kleiner Wolf Biermann, also Protestliedermacher, aber auch Stasi mit IM. Und das also gut gemachtes deutsches Kino lief so völlig unter ferner Liefen. Gundermann kann man wirklich einfach mal reinschauen, läuft auch auf Netflix. Und als letztes, einfach nur, weil es natürlich immer geht, ich hab einfach eine Schwäche für Grand Tour und alles, was die machen. Das heißt also, James May, Our Man in Japan. Stimmt, das war gar nicht schlecht. Sensationell, 5, 6 Folgen, James May in Japan, der wirklich ganz sympathisch, naiv durch Japan stolpert. Und einfach die skurrilen Eigenheiten der Japaner und ihrer Gesetze und ihrer Bräuche, ohne sie zu verarschen, ohne sie zu verarschen, einfach so ein bisschen aufs, ich will gar nicht mal sagen, aufs Korn nimmt, sondern sich einfach als Westeuropäer drüber wundert. Und das Ganze mit einem feinsten britischen Humor, sensationell. Und natürlich Grand Tour, dieses Jahr wieder auf Schatzsuche, letztes Jahr als Seaman unterwegs, dieses Jahr auf Schatzsuche, geht natürlich immer. Dann hab ich noch einen Film geguckt, den hab ich auch der Vollständigkeit halber geguckt, den erwähne ich jetzt einfach, weil ich dann nämlich ein bisschen die Kurve auch zum Chat kriegen möchte, der hier schon ganz fleißig seine Tops und Flops reinschreibt. Denn ich hab mir einen Film reingezogen mit Klaus-Maria Brandauer, nämlich Mephisto auf Amazon Prime. Ja, deutsches Autorenkino der 80er, sag ich dazu nur. Aber hier im Chat steht Stefan S., Top Mandalorian und Mystic Quest, sagt das jemand was? Mystic Quest? Nee, mir leider auch nicht. Flop, Pika und Tenet, dann haben wir den Limec, Top, Queen's Gambit, Diorville, Cobra Kai. Cobra Kai, guckt jemand von euch Cobra Kai? Interessiert mich absolut gar nicht. Geht ganz oben auf der Watchlist, soll ja so gut sein. Ich hab halt auch mit Karate-Kit schon nichts anfangen können, deswegen macht mir das Cobra Kai nicht an. Also in den 80ern war ich schon nicht von Karate-Kit gehypt. Aber ich weiß, dass alle irgendwie völlig steil drauf gehen. Dann, jetzt ist es hier weg, was haben wir noch? Dann eine Geschichte von Cobra Kai, genau. Bojack Horseman, F is for Family, die Expanse. Oh ja, ganz großes Shoutout an die Expanse. Leute, guckt die Expanse, ihr kriegt kein besseres Sci-Fi zur Zeit. Ähm, Kingdom, Korean Zombies meets Kostümdrama. Ja, Kingdom, hab ich angefangen, ist mir ganz ehrlich zu asiatisch. Ähm, ist nicht mein Erzählstil. Das ist, ist da, ich hab's so oft mit asiatischem Kino probiert, das ist nicht mein Erzählstil. Wie ist denn das bei euch? Kommt ihr mit asiatischem Kino zurecht? Ich hab da meine Probleme mit. Das ist gut gemacht und alles und so weiter, aber das ist für mich manchmal so, wenn die dann senkrecht die Wände hochlaufen und durch die Luft fliegen und, äh, ich weiß es nicht. Ist nicht so meins. Das kommt auf den Film drauf an. Ja. Dann haben wir noch hier, ja, ja, Ding Dong, ja, sowieso, ne? Ähm, für mich, äh, top, schreibt der Limick, persönliches Highlight dieses Jahr, First Watch, wegen Werner Herzog aus, äh, The Mandalorian, agiere Zorn, ähm, Gottes Fitzcarraldo und mein liebster Feind von Werner Herzog und die Kinski-Dinger. Ja, da hast du vollkommen recht, die stehen bei mir auch noch auf der Liste, weil ich hab noch nie einen Werner Herzog-Film gesehen. Ich weiß nicht, ob das schwere Kost ist, ob man das gucken kann, so Fitzcarraldo und so ein Kram, boah. Also ich mein, Kinski ist natürlich eine geile Scheiße, ja, aber, ja. Was du bestimmt schon gesehen hast, weil ich glaub, das hat, anstatt den Filmen hat jeder sicherlich immer die Dokuszene über Kinski bei Aguirre gesehen. Ja, ganz genau. Ja, nee, bei Fitzcarraldo war das. Fitzcarraldo war das, nicht Aguirre? Nee, nee, Fitzcarraldo, ja. Okay, auf jeden Fall, wo die im Dschungel sind und der Kinski total ausflippt und alle ankackt, was er sowieso immer gemacht hat. Eben, ja, also von daher, ja, das ist so ein Ding, das ist genauso wie Heaven's Gate. Ach, weiß ich nicht, so als Cineast müsste ich das mal gucken, aber irgendwie hab ich innerlich dann nochmal so eine Hemmschwelle. Ähm, dann haben wir noch ein paar Fragen aus dem Chat, die ich auch noch an euch und in die Runde geben möchte. Ähm, A fragt Tobbe, war Tobbe, wo, macht ihr was zu WandaVision und Loki? Yeah! Ja! Definitiv werden wir WandaVision und Loki bekasten. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, Michael und ich haben es am Montag eigentlich wieder gelobt, Ab wann möchtet ihr eine Serie wöchentlich und ab wann wollt ihr die auf einen Damp rausgehauen haben? Das kommt immer drauf an, finde ich, was das für eine Serie ist und wie lang die Folgen sind. Also ich fand es bei Mandalorian, ähm, die war halt immer so schnell vorbei. Du guckst eine Folge und dann ist die 40 Minuten, nee, noch kürzer halt, eine halbe Stunde und dann ist es so weg. Und du hast dich so die ganze Woche drauf gefreut, wenn du so, äh, und wenn so eine Folge länger ist, hat man irgendwie mehr davon. Also dann macht mir das mehr Spaß, wenn es dann wirklich so einmal die Woche, gibt es eine Folge, die ist vielleicht 45 bis 60 Minuten lang. Das finde ich dann gut. Und ansonsten könnt ihr die auch gerne im Ganzen raushauen. Ja, ich finde auch im Ganzen eigentlich, ist es immer angenehmer zu gucken. Da kann man einfach durchsuchen. Also ich finde, es kommt drauf an, weil bei manchen Serien musst du, brauchst du einfach ein bisschen Zeit, um so auch ein bisschen was sacken zu lassen, um ein bisschen auch mal drüber nachzudenken. So, was ist da jetzt überhaupt passiert? Warum ist das passiert? Vielleicht, ne, gibt es da halt bestimmte Intentionen, vielleicht ist es echt gut, dass man dann einfach mal ein paar Tage das so verarbeitet für einen selbst. Gerade auch bei so harten Dramaserien oder so finde ich das ganz gut. Bei Comedy-Serien finde ich das egal, weil so Sitcoms oder so, ich finde, die kann man so durchwatchen. Aber bei so, ich sag mal, anspruchsvolleren Serien finde ich es schon gut, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, das zu verstehen. Ich finde es vor allem auch, also ich habe es ja jetzt ja bei Mandalorian bei mir gemerkt, ich habe ja die ersten Folgen auch wöchentlich geguckt und wenn dann die Folge vorbei war, dann habe ich überlegt, was denke ich darüber, dann habe ich im Internet geguckt, was haben andere Leute, dann hört man sich vielleicht noch einen Cast an oder guckt ein YouTube-Video dazu. Und dann hast du so die ganze Woche lang so ein bisschen was davon und dann kommt schon die nächste Folge. Und jetzt die Folgen, als ich auf den Klinik wiedergekommen bin, habe ich halt fünf Folgen am Stück geguckt und das war toll, das war ein toller Tag, aber jetzt ist es halt innerhalb von einem Tag vorbei. Ja, genau, ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch ein bisschen, man sucht es in eins durch, was bei so seriellen Sachen ja schon ganz nett ist, weil man dann die gesamte Erfahrung hat. Allerdings, wie du es gerade schon gesagt hast, hat man nicht die Zeit zu verarbeiten. Ich lese mir gerne, nachdem ich mir eine Folge angeschaut habe, gerade bei sowas wie Better Call Saul oder ähnliches, komme ich runter, verarbeite vielleicht den Cliffhanger, mache mir selber Gedanken drüber, lese mir Reviews dazu durch, weil es auch spannend ist, einfach andere Meinungen dazu zu lesen und zu sehen, was man vielleicht nicht mitbekommen hat. Und dann sprechen wir nochmal drüber. Es kommt wirklich ganz auf die Serie drauf an. Deshalb finde ich es mittlerweile ganz gut, dass Netflix und vor allem auch Disney dazu übergehen, vielleicht nicht alles immer ganz rauszuhauen, weil, ehrlich gesagt, selbst wenn du eine Woche warten musst, wir leben in so einem Content-Überfluss, dass dir auch so nicht langweilig wird. Ja, das sowieso. Ja. Dann schreibt Romy Lee, mich würde interessieren, welche Filmeserien ihr 2021 besprechen wollt, wenn nichts dazwischen kommt, gerne auch älteres Geheimtipps-Klassiker. Ich habe folgende Neuerscheinung im Kopf, Lower Decks, WandaVision, Loki-Serie haben wir gerade schon besprochen, Wonder Woman machen wir, Bond natürlich, sofern er denn irgendwann nochmal kommt. Ich glaube, den kriege ich wahrscheinlich schneller im Real für 5 Euro auf dem Grabbeltisch, bevor ich den im Kino sehe. Dune und Batman. Und daran angeschlossen fragt Oppi, Jade, Oppiade, wie auch immer, was erwartet ihr vom neuen Dune-Film? Haben wir Dune-Law-Fans hier unter uns? Irgendjemand so richtig von euch im Dune-Universum drin? Nope. Ich nur so halb. Also was heißt so halb? Ich bin jetzt mal auf Kindle geladen nach dem Trailer und es ist ganz gut, dass der Film noch nicht rausgekommen ist, weil so habe ich bis Ende des Jahres mindestens noch Zeit, um mir wenigstens die Vorlage mal durchzulegen. Was ich mir Anfang 2020 schon vorgenommen hatte. Also dann bin ich vielleicht der am meisten Dune-Gebildete hier. Es gibt drei, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, also es gibt drei Hauptromane von Frank Herbert, Dune 1 oder Dune, Children of Dune und irgendwie noch so Dune Legacy oder irgendwie so ein Kram. Und natürlich zig Spin-Offs, die dann 100.000 Jahre davor und 20.000 Jahre danach und keine Ahnung was spielen. Es gibt dazu den Film von David Lynch, der dann irgendwann wollte, dass sein Name nicht mehr dabei steht, weil ähnlich wie bei The Witcher oder auch bei Dark Materials, wenn man keine Ahnung hat, worum es geht, wirst du bei dem Lynch-Film einfach nur da sitzen und denken so, was war das? Ja, und mitten im Buch hört der Film auf. Ich habe den mal geguckt irgendwann, also ich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern, ich kann mich nur noch an große Sandwürmer, viel Wüste und blaue Augen erinnern und ja, aber ich bin eigentlich recht gespannt drauf, was da kommt. So, genau, und dann gab es... Das ist mal wieder was anderes. Vom Look her definitiv, ja. Vom Look her definitiv. Der alte Film wird immer wieder zerrissen von Fans, die die Vorlage kennen, aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe ihn zumindest Anfang der 2000er und Ende der 90er immer mal wieder im Fernsehen geschaut, auch wenn nur über Teilen, aber fand es dann doch ganz sympathisch und ich mag halt Kyle MacLecklein auch gerne. Ja, also von daher, der neue Film von Denis Villeneuve soll halt sehr werketreu sein. Wenn man sich den Trailer anguckt, dann ist er mehr oder weniger so geschnitten, dass man ihn eins zu eins auch aus alten, also aus dem David Lynch Film zusammensetzen könnte, den Trailer, also teilweise genauso, aber gut, muss man gucken. Ich bin sehr gespannt drauf, auch hier schon x-mal verschoben, muss man mal schauen. Vici4711 schreibt, wann kommt das nächste Nerdquiz? Ganz sicher noch eins im Januar, wann werdet ihr auf unseren Social Media Kanälen dann noch mitkriegen? Wir sind ja jetzt hier, wie man das heute schon mal im Testlauf erlebt hat, in der Lage, auch zwei, drei, vier, fünf Streams gleichzeitig zu bedienen. Das heißt, auch das Quizquiz hat sich ein bisschen geändert. Man kann nämlich jetzt die Fragen also einblenden, ohne dass man diese Twitch-App benutzen könnte. Das heißt, ihr könnt also auch auf YouTube oder auf Facebook oder so mitraten, auch wenn ihr die Antworten nicht anklicken könnt, die kann man nur auf Twitch anklicken. Also von daher, wir werden auch schauen, dass wir die Streams, sag ich mal, jetzt primär auf Twitch machen, weil wir da mehr Möglichkeiten haben und dann sozusagen auf YouTube immer der Zweitstream läuft. Facebook und Twitter war heute mal ein Versuch. Müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Genau, das waren so meine Fragen. Ich gucke nochmal alle Chats durch, ob noch irgendwo was drin steht. Da kann ich ganz kurz eingreifen, habe ich jetzt schon in unserem letzten, glaube ich, Disco-Podcast gesagt, aber da wir hier über Empfehlungen reden, habe ich vielleicht noch eine ganz kleine Buchempfehlung aus dem letzten Jahr, von der ich jetzt die ganze Zeit schon sehr, sehr begeistert bin, weil ich sie auch bei Audible durchgehört habe und von dem Autor bin ich vor allem ein großer Fan, einer der wenigen deutschen Sci-Fi-Autoren, die ich richtig gut finde. Andreas Eschbach, Eines Menschenflügel, ist 1300 Seiten oder so lang, ist dementsprechend das Hörbuch auch 44 Stunden lang, was echt reinhaut und braucht eine Weile, um reinzukommen. Im Grundlegenden geht es um eine Welt, auf der Menschen leben, die Flügel haben und sich auch selber als Menschen bezeichnen. Es ist nicht Fantasy-mäßig, aber sie leben mehr so wie im Mittelalter oder beziehungsweise ganz einfach. Und das Besondere an dieser Welt ist, dass diese Welt nur komplett mit Wolken umdeckt ist, sodass keiner von denen bisher die Sterne gesehen hat, wo einer der Hauptcharaktere das Bedürfnis hatte, durch die Wolken durchzustoßen, um nach der Legende Sterne zu sehen. Fängt ganz langsam an und nach dem ersten Teil wechselt es auch in jedem Kapitel den Point-of-View-Charakter. Aber so langsam und nach und nach wird eine unglaublich faszinierende Welt mit großem Hintergrund und der eigenen Kultur offenbart, die richtig spannend ist und von der man mehr wissen will, bis es hin zum absoluten, später erst sehr geerdet, später großen Sci-Fi-Epos geht, der einen immer mehr in den Bann zieht. Für mich ist es fast schon so ein bisschen, ich ziehe so ein klein wenig den Vergleich sogar mit einem Herr der Ringe rein, weil der es schafft und ich weiß nicht, wie er es schafft, jedes Jahr mindestens ein so langes Buch rauszubringen. Er hat es geschafft, so eine komplexe, interessante und spannende Welt aufzubauen, von der man mehr wissen möchte, die aber an sich abgeschlossen ist in der Story, dass das eins für mich der besten Science-Fiction-Fantasy-Science-Fiction-Bücher ist, was ich in den letzten Jahren gehört oder gelesen habe. Also eines Menschenflügel von Andreas Eschbach. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also wie du das beschreibst, das klingt auf jeden Fall super interessant und ich habe zwei Bücher von ihm auch schon gelesen beziehungsweise gehört und das auch schon in diversen Podcasts erwähnt. Vor allem auch in dem Podcast, wo wir mit Andreas Eschbach selber gesprochen haben. Was ihr auf nerdizismus.de findet, by the way. Und ich muss sagen, ich würde auch gerne noch mehr von seinen Sachen hören. Ich finde, wir sollten uns mal die Hörbücher holen und dann zusammen hören. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir müssen einfach nur wieder eine Gran Tour irgendwo hinmachen. Wenn man mal wieder reisen kann. Wenn man mal wieder reisen kann. Das letzte Hörbuch haben wir gehört, als wir 3000 Kilometer in der Foskala abgespult haben. Ja, dann fahrt ihr pro Tag einfach einmal 15 Kilometer. Aber Lea, dann hast du vielleicht auch noch ein paar Buchtipps für uns. Wer wäre prädestinierter für das Ganze als ihr da euch unten? Was waren denn noch so ein paar Buchhighlights? Ich bin ja nicht so belesen. Bevor wir zu den Büchern gehen, mir ist gerade noch eine Sache aufgefallen, als ich hier durch mein Dings gescrollt habe. Hamilton ist auch erst dieses 2020 auf Disney Plus gekommen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Hamilton war so cool. Ich habe Hamilton so aufgeguckt. Die Musik ist so toll und die Story ist so toll. Da nehmen wir jetzt die Rolle von Michael bei Eurovision ein. Wir haben da 10, 15 Minuten reingeguckt und dann so gar nicht unser Null. Gar nicht reingekommen. Null. Null. Obwohl ich Musicals liebe. Aber da, ich weiß nicht. Ja, das Gerappe. Ich kann mit Rap nichts anfangen, kann mit Hip-Hop nichts anfangen. Ich kann mir nur empfehlen, dass man vorher den Soundtrack ein paar Mal hört, bis man ein bisschen drin ist und dann erst das Musical schaut. Okay. Und dann hört man den Soundtrack so oft, dass man die Lieder mitsprechen kann. Richtig. Also ich habe das nicht so oft gehört tatsächlich vorher. Eigentlich nur so, wenn mich mit Lea und Jenny im Auto saß tatsächlich. Aber ich kenne halt die Grundgeschichte, also weil ich halt amerikanische Geschichte kenne. Und deswegen konnte ich dem auch ein bisschen besser folgen. Also ich glaube tatsächlich, wenn man weder die Musik kennt, noch die geschichtlichen Fakten, dann ist es wirklich sehr schwer zu folgen. Aber ich fand es einfach super spannend und ich mag dieses Stilmix halt total gerne von modern und historisch. Ich liebe zum Beispiel auch den Best Lumen Romeo und Julia, der in den 90ern spielt, aber den Original-Shakespeare-Text verwendet und so. Sowas finde ich halt super spannend und deswegen Hamilton ist auch ein großes Highlight für mich gewesen, das endlich sehen zu dürfen. Danke, vollkommen vergessen. Aber du hast richtig, du hast total recht. Ja, weil Hamilton ist schon, in meinem Kopf ist das, ich habe das ja schon auch live gesehen und deswegen ist das halt schon verbucht. Okay, aber jetzt beneide ich dich. Ja, Bücher, auch Millionen. Ich habe auch über 100 Bücher gelesen letztes Jahr, von daher ist es sehr schwer, da nur so ein paar Highlights rauszupicken. Aber eine Buchreihe, die mich total begeistert hat, war die Love Next-Reihe von Anne Petzold, When We Dream, When We Fall and When We Hope. Da geht es um ein Mädchen, das auszusehen in einen K-Pop-Star reinläuft und sie weiß nicht, dass er K-Pop-Star ist. Und die beiden verlieben sich ineinander, weil er findet es total erfrischend, dass sie nicht weiß, wer er ist. Und ja, sie findet ihn einfach toll für seine Art, wie er ist. Und es geht so um die Beziehung der beiden, die streng geheim sein muss, weil das Business nicht erfahren darf, dass er eine Beziehung hat. Und so, es ist hochdramatisch und einfach richtig schön geschrieben. Und was mir auch gut gefallen hat, ist Talos von Liza Grimm. Da geht es um Hexen in Edinburgh und um einen magischen Würfel namens Talos, der die geheimsten Wünsche erfüllen kann. Aber der hat auch so seine Schattenseiten. Die werden dann in dem ersten Band ganz gut erklärt und der zweite Band müsste, glaube ich, dieses Jahr raus. Ich lese ihn gerade, Test. Okay, ich habe auf meiner Liste noch zwei Sachen gefunden und dann können wir es, glaube ich, einfach nur, das schaut ihr euch einfach mal an. Ich sage gerade großartig nichts dazu. Also das eine ist, da sage ich doch ein bisschen was dazu, Killerquoten. Eine Doku, stellt euch vor, Eduard Zimmermann, die Älteren unter uns werden ihn noch kennen, der war der erste Moderator von Aktenzeichen XY, würde Verbrechen begehen, damit er Stoff für Aktenzeichen XY hat. Geil. Das Ganze ist wirklich passiert in Brasilien. Und die Doku dazu heißt Killerquoten auf Netflix. Und dann noch eine Doku, über die ich auch so gestolpert bin, Mucho Mucho Amor, die Legende von Walter Mercado. Walter Mercado war ein, keine Ahnung, ein sozusagen der Glöckler, der Zauberer. Und ist in der Hispanic-Bevölkerung in den USA, kennt den jeder oder kannte den jeder. Ist vor anderthalb Jahren gestorben und der hatte halt, das war so der erste Astro-TV-Typ im US-Fernsehen. Ja, und der Typ ist halt so, ja, wie so ein Glöckler. Also kann man sich auch, ist einfach nur skurril. Also im Prinzip, wer so Tiger King auf skurrile Charakter steht, der ist bei Mucho Mucho Amor und Walter Mercado wirklich richtig. Und Killerquoten ist einfach, da glaubst du nicht, dass jemand das macht. Ja, dann habe ich jetzt meine Liste wirklich von vorne bis hinten abgearbeitet. Ja, also ich kann nur noch mal, wenn wir schon bei sowas sind, Vogeltanz auf Netflix. Vogeltanz. Vogeltanz, okay. Wirklich gut. Danach geht es einfach. Es wird halt auch supergeil erzählt. Okay. Aber wenn ihr schon über... Danach geht es am besten, dass man supertoll erzählt. Wenn ihr schon über Trash-TV redet, dann kann ich auch was empfehlen und zwar auf YouTube allerdings. Und zwar die YouTuberin, mir relativ egal, kommentiert deutsche Trash-TV-Formate. Mua. Es ist wundervoll. Du brauchst jetzt Trash-TV, brauchst du nicht gucken, sondern du guckst einfach nur die Videos von Mirella. Und es ist so unterhaltsam. Also ich habe festgestellt, ich finde Bachelorette super und Temptation Island. Temptation Island. Und gerade aktuell Couple Challenge. Und es ist so witzig. Also mir reicht halt wirklich das, was Mirella kommentiert, weil das ist also halt eine Zusammenfassung von dem ganzen Gedön. Und dann halt noch kommentiert. Aber auf einer... Ja, natürlich auch auf einer witzigen Art und Weise. Aber immer auch respektvoll. Und wirklich sehr gut gemacht. Also das kann ich euch echt empfehlen. Das ist sehr lustig. Ja, ich bin ja noch... Haben wir den Dschungel-Camp-Gucker hier? Michael, du hast jetzt mal weg. Ja. Dann mal unter uns Profis hier. Von anständigen Leuten zu anständigen Leuten. Wird das was aus dem Studio? Ja, komm, das wird so oder sowas. Je nachdem, wer da sitzt, wird's lustig. Komm, die werden so... Die haben jetzt ein Jahr Zeit gehabt, sich was Kreatives, Lockdown-mäßiges für diese Menschen einfallen zu lassen. Und ich wette, da kommt irgendein Shit dabei raus. Ja, aber haben die ja nicht gemacht, weil die ja bis Ende Dezember noch gehofft haben, das Set von den Engländern übernehmen zu können. Also die haben sich eben nicht ein Jahr lang was ausgedacht. Das ist ja das Problem. Aber du hast recht, es kommt immer auf die Bewohner an, ob das was wird oder nicht. Das ist ja immer so. Ja, und die Moderatoren, das Duo ist ja einfach perfekt. Von daher, ich glaube, das kann schon ganz lustig werden. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es so ein Highlight wird wie die letzten Jahre. Und jetzt haben wir wieder ein paar Mal verloren. Die jetzt gesehen haben, oh nein, sie gucken Dschungelcamp, wir müssen euch entfolgen. Wie könnt ihr nur? Ich folge euch auch raus. Michael entfolgt Narizismus. Ja, also ich bin mal gespannt. Ich meine, jetzt passiert ja das, was Joey Heindler schon vor Jahren dachte. Das ist wie, dann ist ja gar kein Studio. Okay, dann werden wir vielleicht auch mal was... Ich würde ja gerne was zum Dschungelcamp machen, aber das ist eher sowas für Fulltime-Content-Creator. Ich glaube, es wird ziemlich anstrengend. Du musst das an jeden Tag dann da mal machen und abends noch ein Video. Schau ich nicht. Nee, schau ich auch nicht. Also ich würde sagen... Vielleicht haben wir danach ein paar mehr Zunschauer in unserem YouTube-Kanal. Also ich sage mal, wenn ihr dazu was machen wollt, ja, also ihr rennt da offene Türen. Also die Lea hat ein ganz tolles Sonja-Outfit. Normalerweise machen wir Dschungelcamp nämlich immer zeremoniell die Eröffnung und das Finale gemeinsam. Und dann wird immer ein Wohnzimmer zum kompletten Dschungel umdekoriert. Und Lea und ihr bester Freund kennen, sind unsere perfekten Moderations-Doubles. Ich stelle es mir auf jeden Fall sehr unterhaltsam vor. Ja. Das ist das... Also ich habe jahrelang, habe ich mich geweigert, Dschungelcamp zu gucken. Jahrelang. Fand ich das absolut scheiße. Und ich habe es nur... Mir ging es... Das war jetzt... Das ist jetzt vier Jahre her oder fünf Jahre her. Da ging es mir echt scheiße und ich wollte unbedingt meine Freunde sehen. Und dann hat die Lea gesagt, aber heute ist Dschungelcamp erster Tag, Eröffnung. Dann musst du halt vorbeikommen. Alle sind hier. Und dann bin ich quasi nur dahin gegangen, um mit meinen Freunden den Abend zu verbringen. Und bin angesteckt worden von dem Hype. Ja, ich bin auch von ihm angesteckt worden. Und seitdem jedes Jahr. Eben. Ja. Sag nur, du bist ein Virus. Ja. Es ist ein Virus. Gib mir lieber... Was soll ich dann lieber gucken? Barbaren versuche ich dann. Dann schau du halt Barbaren. Hitlers Zug. Hitlers Zug. Genau. Hitlers Zug auf jeden Fall. Gut. Mensch. Ich glaube, wir haben über so viel heute gesprochen. Also wer jetzt nicht weiß, was er in 2020 gucken soll, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Abschließend kann ich noch sagen, dass natürlich auch CNN-Gusten... Gucken genauso spannend ist wie Game of Thrones, ja. Gestern, ja, war unterhaltsam. Es ist kein großer Unterschied im Moment. Ja, also von daher, ich wollte eigentlich gestern Abend früh ins Bett gehen, aber dann, ja, war ich bis um halb zwei vor CNN-Gang. Ja. Das Problem ist ja wahrscheinlich auch, dass durch den ganzen Lockdown wir den Leuten jetzt gar nichts Neues erzählt haben. Nee. Ja, ach, der eine oder andere, also da waren schon ein paar Sachen dabei, die ich jetzt auch nicht kannte und ich werde auf jeden Fall mich jetzt mal in die Welt der Vogeltänze begeben. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir haben uns ja jetzt auch wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Es freut mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr da wart. Ja, das wäre wirklich toll, wenn wir uns mal wieder live sehen könnten. Wir hatten diese tolle Show letztes Jahr im Februar, hat man ja wirklich noch Schwein gehabt, dass wir die gerade noch machen konnten. Ja, das war wirklich toll. Ich habe so die ganz mini, 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 mini kleine Hoffnung, ob vielleicht irgendwie eine Open-Air-Geschichte geht, aber da wurde mir schon gesagt, dass alle Open-Air-Locations also irgendwie schon längst ausgebucht sind, wo man sowas machen kann. Wenn irgendjemand was weiß, wo man draußen, wo es eine Bühne gibt und eine Beschallungsanlage, wo man sowas machen könnte für den Sommer, dann schreibt uns mal eine E-Mail an info at nerdizismus.de oder auch eine WhatsApp an die 015259647709 und natürlich freut sich unser Discord unter nerdizismus.de immer über neue Member und wir haben bei YouTube und das war ja wirklich, ich sage das jetzt mal ganz offen, wie es war, es war immer unser Abfallkanal, haben wir jetzt dann doch die 200 Abonnenten geknackt, also von daher 200 YouTube-Leute, wir werden am Montag wieder live streamen, dann gibt es den Season-Recap für die Track-Nerds und dann geht es die Woche drauf, glaube ich, auch schon weiter, ganz genau, Montag 21 Uhr, zumindest ist das mal so unsere Zeit, Michael, ich weiß, du musst noch schauen, wie wir das hinkriegen mit 21 Uhr, aber da werden wir schon eine Lösung finden, werden wir natürlich dann mit WandaVision beginnen, ob wir das dann 14-tägig machen oder jede Folge einzeln, müssen wir nochmal schauen, aber auf jeden Fall nächsten Montag 21 Uhr geht es also los mit, oder ist dann der Saisonabschluss, der Seasonabschluss für Star Trek Discovery, 13 Folgen haben wir durchgestanden, wir waren ganz tapfer und ja, wir werden unsere Gesprächstherapie dann auch wirklich nochmal nötig haben, am 15. geht es dann, nee, oder am 15. geht der WandaVision weiter und den Montag drauf würden wir dann eben WandaVision machen, also Freitags ist dann WandaVision-Tag, genau. An einem Geburtstag! Ja, genau, also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart, es war mir ein Fest und macht das Jota draußen auch in den Chat und ja, bis die Tage dann. Tschüss! 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 Winke ganz im Crown-Style! Eine Produktion des Podcast-Imperiums